Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 586, heute mit dem Jahresrückblick zum WWE-Jahr 2023. Mein Name ist Olaf Fleisch, ich bin euer Host, bei mir ist der Kai. Wunderschönen guten Tag, Kai. Hallo. Und wir machen die Brothers of Destruction komplett, der Chris ist auch dabei, wunderschönen guten Tag, Chris. Yeah, ich bin auch da. Ja, wie der Undertaker. Ja, ich hab mich gerade so aufgerichtet und ihr schaut alle ganz geschockt, dass ich doch noch lebe. Und ich tweete dumme Sachen wie Kane. Bitte nicht. Ja. Bitte nicht. Schön, dass ich nochmal dabei bin hier. Ja, schön, dass du da bist. Es steht der Jahresrückblick an, wir fangen dieses Jahr ein bisschen eher mit dem ganzen Thema. Mal an, weil wir auch noch die Top-10-Podcasts vor der Brust haben. Das heißt, es gibt erstmal einen Jahresrückblick zu WWE, dann später auch zu AEW und dann nochmal die Top-10, wo wir dann die von euch und die von uns gewählten Top-10-Wrestler, Wrestlerinnen gegeneinander stellen und da ein bisschen drüber diskutieren werden. Und das wird garantiert eine Menge Spaß geben. So. Das WWE-Jahr 2023. Turbulent ging es los. Turbulent geht es natürlich auch zu Ende, wenn man sich mal so anschaut, was bei Survivor Series passiert ist. Lieber Kai, wenn du jetzt so zurückblickst und ein erstes Fazit treffen müsstest, ein erstes Wort für das WWE-Jahr 2023 treffen müsstest, was wäre das? Ich würde einen Begriff nehmen und würde sagen Triple H ist Papa. Das wäre meine Umschreibung. Wer die vergangenen WWE-Podcasts gehört hat, der weiß, dass der Kai mittlerweile ein Kind vieler Väter ist. Also L.A. Knight ist auch Papa und es hier im Punk ist ja ohnehin, das ist so der Papa, der immer Zigaretten holt und dann nicht mehr wiederkommt. Und Chris, wie sieht es bei dir aus? Ja, eigentlich muss ich das genau unterschreiben, was Kai gesagt hat. So, it's not shit anymore. Es geht wirklich aufwärts. Also, ja, es gab so seine kleinen Auf und Abs auch gerade, sagen wir mal so, erstes Quartal rum, vielleicht noch ein bisschen zweites. Da kommen wir nachher noch zu. Aber insgesamt ein stabiles WWE-Produkt, das die meiste Zeit Spaß macht tatsächlich. Die ganzen Wrestler kommen mehr zum Tragen. Man erfährt mehr von ihnen, man sieht mehr, man kann mehr von ihren Charakterzügen, von ihren Matches genießen. Die Shows wirken nicht mehr so konfus. Die meisten Pay-Per-Views dieses Jahr waren echt stark. Also, klar, es gibt immer noch was zu meckern, ob jetzt bei Booking oder bei einigen Matches oder bei einigen Wrestlern speziell. Aber insgesamt ein sehr zufriedenstellendes Jahr mit einigen Höhepunkten und Überraschungen. Und es ist lange her, dass mir WWE so viel Spaß gemacht hat. Ja, ja, ja. Also, wir haben die vergangenen sechs, sieben Jahre ja Headlock hier gemacht. Und ich glaube, wir haben wirklich eine der größten Down-Phasen von WWE erlebt, gerade was die Produktqualität angeht. Also, wir hatten, wir haben alle harte Jahre hinter uns, so muss man es ganz klar sagen. Und dann mal heil, wir denken an dich. Man hat schon 2022, finde ich, gemerkt, dass es so ein bisschen bergauf ging, dass das Produkt besser wurde, gerade in der zweiten Jahreshälfte. Und jetzt 2023 merkt man, ah, da hat sich das entwickelt. Man hat natürlich mit der Bloodline-Story eine große Geschichte vorneweg geführt, die auch wirklich zu großen Momenten geführt hat. Da werden wir auch gleich drüber sprechen, natürlich. Aber wir kommen natürlich nicht drum herum hier, das Wrestling-Jahr von WWE im Jahr 2023 zu resümieren. Zum einen, ohne vorne anzufangen. Und zum anderen, ohne auch die Personalie Vince McMahon hier aufzubringen. Weil das Jahr begann ja damit, dass Vince McMahon eigentlich ja weg vom Fenster gewesen ist. Wir kennen seine Geschichte mit dem Sex- und Schweigegeld-Skandal. Aber das Jahr begann tatsächlich dann damit, dass sich Vince McMahon zurückgeputscht hat. Wir wissen um seine Macht, die er noch bei der alten WWE gehabt hat, aufgrund seiner Aktienanteile und aufgrund seiner Möglichkeiten, die er da gehabt hat. Da hat er nicht nur einen Teil des damaligen Vorstands entlassen, sondern hat auch gleichzeitig sich wieder zurückgebracht in das Board of Directors, wie es so schön heißt. Lieber Kai, erinnerst du dich noch an diese Phase? Ich weiß, dass wir alle absolut schockiert gewesen sind damals. Ja, ich erinnere mich noch sehr gut daran. Weil ich weiß noch, dass so November, Dezember rumentschieden wurde, jo, ich fliege zu Mania. Und da hatte ja auch Triple Eight schon so ein bisschen die Zügel in der Hand. Und man hat gemerkt, Produkt wird besser, wie du auch gesagt hast, so Ende 2022. War ein Lichtblick. Also natürlich auch gepaart damit, dass man gesagt hat, guck mal, Vince McMahon ist gar nicht mehr so viel involviert. Es gibt nicht diese krassen Rewritings der Shows. Und als es dann im Januar hieß, Vince McMahon ist wieder da, hatte ich auch so ein bisschen Angst um die Road to WrestleMania und die Mania, die ich sehen werde. Muss ich ganz klar sagen. Und das hat sich dann ja auch häufig stark unterschieden. Also es gab dann Berichte, dass Vince mehrere Wochen auch mal gar nicht da war. Dann ist er wieder aufgetaucht, hat gesagt, so, wir schreiben jetzt nochmal alles komplett neu und von vorn und alles anders. Also es war so ein bisschen eine turbulente Zeit. Weil phasenweise hattest du Wochen, wo du teilweise auch gemerkt hast, da wurde sich eingemischt. Und andere Wochen, die liefen, ich sag mal, unter dieser gewohnten Triple H-Kontrolle. Oder wie seht ihr das? Also das ist natürlich erstmal das eine. Also man hat ja gemerkt, wann immer dann Vince McMahon vor Ort gewesen ist, das war ja schon fast so der sich wiederholende Erschrecker eigentlich. Wenn du am Tag nach Raw oder am Tag nach SmackDown mal kurz reingeschaut hast und dann auf einmal, Vince McMahon war Backstage. Dann wusstest du schon, okay, das wird eine chaotische Show gewesen sein. Zugleich hat die ganze Geschichte natürlich auch ja für das Unternehmen wirkliche Probleme mit sich gebracht, weil man ja auch die strategische Ausrichtung quasi dann nochmal ein bisschen geändert hat. Weil das natürlich auch in der Außendarstellung alles andere als gut gewesen ist. Und WWE war ja bereits Anfang des Jahres auch schon mit dabei, einen Käufer zu suchen und obendrein auch noch mit in den Medienrechtsverhandlungen. Natürlich wollte Vince McMahon alles nur im Sinne der Company machen. Und trotzdem war das natürlich extrem negativ konnotiert damals, Chris, oder? Ja, ja, also super seltsame Geschichte. Und ich habe jetzt gerade, während Kai erzählt hat, auch noch so drüber nachgedacht, wie es ja auch in den ganzen letzten Jahren, oder ich sage Ewigkeiten, schon vor Headlock wahrscheinlich immer hieß, Vince ist das Problem. Und dann etwas sachlichere Menschen wie du, lieber Olaf, haben dann auch öfters mal gesagt, ja, der alleine ist nicht das Problem. Oder dann auch irgendwelche Wrestler, die gesagt haben, sobald Vince da ist, ist es furchtbar. Und alle Angst um Creative und so, wo wir dann auch schon mal gesagt haben, ja, aber es kann ja nicht nur daran liegen. Anscheinend hat es hauptsächlich daran gelegen. Das ist halt so krass einfach, wie dieser Typ anscheinend zu einer geplanten Show immer reinkommt und ruft, it's me! Und alle verdrehen die Augen und denken, oh nein! Und dann wird auch noch alles Kacke. Also irgendwie, wenn man sich das nachhinein betrachtet, ist es fast schon lustig, wie der seinen eigenen Laden nach Ewigkeiten sabotiert hat. Naja, er hat ihn ja nicht sabotiert, er hat das ja nach seinem Gusto quasi gelingt. Naja, aber das war ja sabotiert, weil er dann anscheinend doch so out of touch ist, wie ihm oft nachgesagt wird. Das stimmt, aber auch die Art und Weise, wie er sich hier wieder zurückgeputscht hat, so muss man es ja fast sagen, das zeigt eigentlich, dass er noch ganz gut dabei gewesen ist. Weil er hat wirklich die Möglichkeiten, die er gehabt hat, nachdem er ja freiwillig natürlich zurückgetreten ist, erst mal von seinen Positionen, er hat ja alle die Möglichkeiten ausgenutzt. Er hat eben diese Mehrheitsanteile, die er eben besitzt, ausgenutzt, um sich wieder in die offizielle Position zu bringen. Obwohl es ja vom Verwaltungsrat, also vom Board of Directors eigentlich gedacht worden ist, nee, hör mal, eigentlich wollen wir dich gar nicht. Du hast auch keine so gute Idee im Sinne der Aktionäre. Und wie es mit mir sagt, nee, wisst ihr was, ich hab halt die Anteile und ich bin doch von Vorteil, wenn wir hier Medienrechte und Verkaufsgespräche neu aushandeln. Ich find das so witzig, also eigentlich ist es eine schlimme Sache auch, was da so im Hintergrund passiert ist alles, aber ich find das so witzig, dass er dann sagt, ja, dann hör ich jetzt freiwillig auf und dann so gefühlt zwei Wochen später, so, jetzt reicht es aber auch mal. Daddy is back. Und man muss ja da schnell dazu sagen, wir gehen jetzt da nur ganz, ganz kurz drauf ein. Wir haben schon im Januar, also wirklich am 10. Januar, diese Meldung, dass Wismut Man zurück ist bei WWE und als WWE Executive Chairman wieder an Bord ist, Board of Directors und so weiter und so fort. Das haben wir am 10. Januar groß und breit besprochen, die Meldungen, das waren am 5. oder 6. Januar, also wir waren da sehr schnell. Und das ist ein zweistündiger Podcast, den wir damals gemacht haben, meine ich, mit Markus damals besprochen. Und wir haben die ganze Chronologie des Vince McMahon haben wir sehr, sehr ausführlich hier aufbereitet, inklusive auch dem Verkauf von WWE beziehungsweise Übernahme durch Endeavor. Aber wir klappern das nicht ganz so ausführlich jetzt logischerweise ab, wie wir es damals gemacht haben, sondern es geht jetzt eher hier um unser persönliches Empfinden, wie Chris das auch gerade gemacht hat, hier nochmal das kundzutun. Also die Entwicklung ist da auf jeden Fall eine ganz, ganz wichtige gewesen und das Jahr startete wirklich auch mit einem Paukenschlag und da ist die Meldung, dass William Regal EW verlassen hat und zurück zur WWE gegangen ist, das ist dann wiederum was, was fast schon untergegangen ist, weil ja, also Kai, du hast das ja auch alles mitgenommen und wir haben da auch oft drüber gesprochen. Du warst auch hier in den Podcasts, bei den Pay-Per-Views immer dabei, du warst auch bei den WWE-spezifischen Podcasts eigentlich fast immer dabei, aber dieser Jahresanfang war auch absolut absurd, weil ja dann auch schon die Gerüchte über den Verkauf von WWE hochgekocht sind und kannst du dich noch an den Tag erinnern, als irgendwie die Meldung kam, dass hier der Saudi-Arabische PIF, also dieser Investmentfonds, dass die WWE gekauft haben, wie das Internet explodiert ist und wie das alles aus dem Urlaub gelaufen ist? Also ich weiß auch noch, das war auch so eine, also ist alles so retrospektiv, zu dem Zeitpunkt, da hat man sich gedacht, ah, wenn die kaufen, wäre schon irgendwie auch kacke, aber das kam ja auch so Fragen, darf dann Sami Zayn noch auftreten, sagt dann Saudi-Arabien, wie gebuckt wird? Also das waren dann ja wirklich so Fragen, so, buckt dann der Kronprinz? Also das war ja auch sehr over the top natürlich und hat sich ja so super dumm schon fast hochgeschaukelt, ne? Also man so dachte, Saudi-Arabien übernimmt die WWE, also das war ja nicht, das war ja auch nicht der Investmentfonds, das war dann so, das was Vince McMahon ist, ist dann ja quasi der Kronprinz. Also so hat es sich ja teilweise gelesen in manchen Kommentaren, aber ja, ich weiß noch ganz genau, wie es da war und da ging es dann ja auch drumherum, dann irgendwann, okay, der Investmentfonds wird es nicht, aber WWE wird verkauft. Und da gab es dann ja auch namensweise überschlagen und es gab Disney und irgendwann hieß es, ja, was ist denn, wenn die Kahn-Familie das kauft, dann hat Tony Khan dann AEW und WWE, dann ist ja jetzt komplett alles vorbei und Civil War startet. Also das war, da gab es ja auch Spekulationen noch und Löcher. Ja, absolut irre. Ich weiß auch, wie viele Leute angedroht haben sie oder es getan haben, WWE Network wird gekündigt und überhaupt, ich schaue kein Wrestling mehr, wenn Saudi-Arabien hier einsteigt. Also ich glaube, es gibt genug Gründe, WWE nicht zu schauen. Ich habe ja damals schon gesagt, Leute, jetzt macht doch mal locker, es gibt keinerlei Quellen, die das wirklich ernsthaft belegen. Das war halt irgendwie so über ganz dubiose Wege, hat sich das an die Oberfläche von Twitter gedrängt, wie Twitter nun mal so ist oder X jetzt. Und ich weiß auch, wie ich dachte, Leute, es ist doch noch nichts passiert. Es kann sein, dass das irgendwie eine Meldung wert ist, aber wartet doch erst mal, bis das von irgendeinem der großen Medien wirklich bestätigt ist, bevor ihr jetzt hier groß in Panik ausbrecht. Ja, man muss dazu sagen, also so Medienkompetenz ist ja eh nicht immer so vorhanden, gerade dann auch bei so emotionalen Dingen wie Wrestling, wo wir als Fans ja alle emotional drin sind. Ich glaube, da lässt die Medienkompetenz dann eh schon mal zu wünschen übrig, weil man hängt so da drin. Und gleichzeitig war es natürlich dann auch mit Vince McMahon und dann wird es verkauft. Und dann hat man eh schon die Saudi-Events, die keiner so richtig mag und unterstützen will. Und man wollte es nicht, dass es so kommt. Das war ein Schreckensszenario, deshalb hat es auch diesen Platz in den Köpfen bekommen. Gleichzeitig hat man aber auch WWE unter Vince McMahon diesen Move zugetraut. Also jetzt mal, um die Leute in Schutz zu nehmen, die so Panik verbreitet haben dann damit. Und ja, es wäre ja auch nicht geil gewesen, wenn man jetzt was mal so betrachtet. Also ich glaube, mein Verhältnis zu WWE wäre dann auch sehr, sehr zerrüttet gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber zum Glück ist es ja nicht so gekommen. Es ist Endeavor geworden, wie wir dann im späteren Verlauf herausgefunden haben. Und auch das hat die Promotion, das Produkt auch verändert und auch die Art und Weise, wie man an das ganze Geschehen drangeht. Auch dazu haben wir diverse Podcasts gemacht. Auch da war der Markus unter anderem dabei. Die gingen dann auch drei Stunden? Ja. Analyse, Markus, schmeckt wieder zu. Genau. Markus macht das sehr, sehr gründlich. Und das ist auch was, was sehr geschätzt wird von ihm. Das ist auch sehr, sehr gut, was er da macht. Aber das hindert mich nicht daran, ihn damit aufzuziehen. Genau. Aber wir wollen ja nicht nur über die Business-Seite reden. Wir sprechen gleich noch kurz über die Übernahme und darüber, wie sich dann WWE, UFC zusammen, TKO, entwickelt hat. Sondern wir wollen auch ein bisschen über das Wrestling sprechen. Und wir sind natürlich jetzt am Anfang des Jahres, sind wir natürlich auf dem Weg in Richtung Royal Rumble. Wir sind sozusagen auf der Auffahrt zur Road to WrestleMania. Und da war eine große Raw-Episode noch am 23. Januar. Das war nämlich die Raw 30, die mit den drei Xen, auch wenn es jugendfrei gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz große Feierlaune eigentlich, große Jubiläum-Show. Und Kai, da ist auch wieder einiges passiert. Und ich meine nicht nur, dass wir hier den Undertaker nochmal in Action gesehen haben mit Bray White im Ring zum Beispiel. Ja, also in der Fede mit L.A. Knight gab es das ja auch. Dann hat ja auch Taker dann auch L.A. Knight übergeben an Bray Wyatt. Und wir hatten eine der, ich würde mal sagen, emotionalsten Geschichten auf der Road to WrestleMania. Und zwar, wir hatten den Tribal Court von Sami Zayn. Ja. Was dann auch kurz oder lang, natürlich kommen wir noch gleich zu, bei Elimination Chamber zu Sami gegen Roman Reigns geführt hat. Aber das war ja oder ist ja immer noch, jetzt mal egal, was danach war, mit einer der besten Storylines des gesamten Jahres. Absolut. Diese paar Wochen, die wir da hatten. Absolut. Die Geschichte mit Roman und Sami und Bloodline gegen Sami mit Kevin Owens noch mit dabei. Das war ja das Rumble-Match. Da hieß es ja dann Roman Reigns gegen Kevin Owens. Und wie es dann eben weitergehen sollte, auf wessen Seite steht denn Sami Zayn jetzt, wendet er sich endgültig wieder zu seinem Freund und von der Bloodline ab den falschen Freunden. Christ, das war damals eine geile, geile Fede. Wir haben da doch immer, also, ich glaube Kai hat immer so schön gesagt, wir wissen eigentlich alle, was kommt. Aber man hat eben auf diesen einen Moment hingefiebert, dass dieser eine Moment kommt, dass man die gemeinsam miteinander begehen kann, oder? Alter, das war fantastisch. Also, wir springen jetzt natürlich ein Stück vor, ne, denn wir stehen jetzt gerade hier beim Tribal Court, wo es alles noch nicht klar war, aber um das richtig besprechen zu können, müssen wir jetzt ein bisschen Richtung WrestleMania auch schon gehen hier. Das war ganz, ganz fantastisch. Diese Gerichtsverhandlung, wie das gespielt war von den ganzen Teilnehmern da, das war großartig. Und Sami Zayn, der dann sich da einfach hinsetzte und ein Roman Reigns, der komplett pikiert war, was er sich rausnimmt. Ein Jey Uso, der eben zur Hilfe, all diese ganze Geschichte, die da dran hing. Was halt heftig geil war, ne, dass dann Jey Uso ihn verteidigt. Ja, das war unfassbar gut. Und dann, und das Plädoyer von Heyman auch, ne, der ihn als Verräter, als Judas bezeichnet hat, so gemeint hat, so, du hast doch garantiert den Attentat auf Roman Reigns geplant und solche Sachen. Großartig, also wirklich von allen Beteiligten. Und wir haben den Rumble ja auch zusammen live geguckt, dieser Moment da dann, wo Sami dann gegen die Bloodline sich ausspricht und sagt, das war schon stark. Dann hinterher, wie sich das entwickelt hat, auch dass ein Kevin Owens nicht sofort drauf eingeht und sich das über Wochen weiter aufbaut. Wie sie das gemacht haben, also als dann endlich dieser Moment kam, wo die beiden wieder zusammen waren, also als großer Fan von den beiden, der die auch... Eigentlich seit Ring-of-Honor-Zeiten verfolgt hat. Ich hatte echt Pippi in den Augen. Ich wusste, dass sie zusammen stehen werden und es war klar, sie bekommen einen Spot bei WrestleMania. Alles klar. Aber wie das gemacht wurde, das war so top erzählt und so top präsentiert. Ich hatte echt Tränen in den Augen. Das war schon richtig gut. Das hat man schon richtig, richtig gut gemacht. Die Bloodline-Story, ich sag mal, bis Mitte des Jahres natürlich das absolut dominierende Instrument bei WWE. Die Leute haben eingeschaltet, um das zu schauen. Ich glaube, das kann man gar nicht anders sagen. Und es wird ja auch von sehr, sehr vielen als die beste Storyline der vergangenen zehn Jahre gefeiert. Und ich glaube, Kai, das ist auch gar nicht so verkehrt, oder? Nee, also das hatten wir auch damals gesagt. Also da muss man auch ganz klar mitgehen. Deswegen ist es immer die Frage, bis wohin betrachtet man das? Weil ich weiß auch, dass viele gerade auch nach der Niederlage von Sami Zayn bei Chamber auch unzufrieden waren. War so dieses, gebt uns doch diesen Moment, wir wollen Sami Zayn. Und dann war es das nicht. Und dann ist dieses klassische, es ist nicht das, was ich will, deswegen ist es doof. Also da muss man immer schauen, was sind die eigenen Erwartungen. Aber auch, was Chris gesagt hat, was da schauspielerisch abgerissen wurde. Wie dann auch von der Dramaturgie, dass dann ja eigentlich erst ein Solo oder ein Sami attackieren soll. Und dann greift dann genau Jey Uso ein Jey, der immer gegen Sami Zayn war. Und sagt dann, pass auf, hier, ich habe Verteidigung für Sami vorbereitet, weil Sami Zayn hatte ja keine, also er ging ja rein und hat gesagt, ich habe keine Verteidigung, weil ich war immer für euch. Und dann hat Jey Uso ja die Verteidigung übernommen. Und dann gab es noch diesen großen, oder dieses große Match in Quebec bei Chamber. Also das, ja, das ist schon eine der besten Storylines der letzten zehn Jahre. Das muss man ganz klar so sagen. Also vielleicht auch weiter als zehn Jahre, ne? Also das war wirklich filmreif, was da abgerissen wurde. Man muss ja dazu sagen, diese Storyline ist quasi das MCU von WWE, weil die so über verschiedene Shows verschiedene Personen transportiert wurde. Wir haben es ja jetzt immer noch, dass Randy Orton zurückkommt und sagt, ich habe meine Probleme mit der Bloodline. Davor verschiedene Leute, ich habe Probleme mit der Bloodline. Jey Uso kommt zu Raw dann, um da als Singles-Superstar durchzustarten. Und das erste, was ist, es sind irgendwie gefühlt 50 Leute da, die sagen, ich habe ein Problem mit dir, weil ich Ärger mit der Bloodline hatte. Das zieht sich über so lange Zeit, ist so gut aufgebaut. Und durch, ja, den Roster-Split in Anführungszeichen, ja, sind überall Leute, die da ihre Berührungspunkte mit denen hatten. Und es zieht ja immer noch, allein wenn dieser Name in den Shows fällt, du hast direkt Reaktionen darauf, obwohl Roman Reigns seit, ja, so gefühlten Ewigkeiten eigentlich nicht mehr richtig da war, so. Also da merkt man erst mal, was so richtig dahinter steckt, wenn nur dieser Name fällt und alle Leute reagieren sofort. Also sehr, sehr viel richtig gemacht, WWE. Auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube auch darüber werden wir mit Sicherheit auch nochmal einen Story-Podcast machen und das ganze Ding nochmal zusammenfassen. Da werden wir wahrscheinlich auch unsere anderthalb, zwei Stunden quatschen, weil da auch so viel Detailtreue drin gewesen ist, so viel Detailliebe. Das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und klar hat das seine Höhen und Tiefen gehabt. Ich glaube aber übrigens auch, dass wir irgendwann nochmal ein Wiederaufleben der Bloodline-Storyline bekommen werden. Ich glaube nicht, dass das jetzt schon vorbei ist, sondern ich glaube, wir sind gerade in der Ruhephase und es wird wieder weitergehen. Also Roman ist ja noch dabei, also wir loben das auch sehr, sehr stark. Also es ist absolut keine Frage, dass die Bloodline-Storyline aktuell schon relativ schwach ist, muss man ganz klar sagen. Also es war ja auch immer so ein Auf und Ab, ne? Und jetzt gerade dieses Feel, ah, Jimmy und Solo, also, ne? Also die Bloodline-Storyline war am Ende, auch am Anfang des Jahres, gerade auch so um Mania rum, viel, 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 viel heißer, als sie dann war. Dann ging sie zum Summerslam, kommen wir nachher nochmal zu, auch nochmal stark hoch, ne? Und jetzt gerade ist es ja wirklich auch so ein Loch, gerade auch durch den Wegfall von Roman. Aber wir sind da natürlich noch nicht am Ende, weil letztendlich, oder gehe ich mal davon aus, die Story wird damit enden, dass Roman ganz alleine da steht. Und dazu muss er halt noch Solo verlieren und dazu muss er noch den Belt verlieren. Und das wird dann auch passieren, das alles ist ja noch Teil der MCU-Bloodline-Storyline. Ja, aber, also so viel wir jetzt gelobt haben, es ist unfassbar beschissen erzählt, wenn du einfach ein Loch von Monaten dazwischen hast. Du hast da so einen heftigen Downer, ja, gehabt quasi mit der Niederlage von Cody. Und, also ja, danach gab es dann noch den Civil War und sowas, aber irgendwie ist es da schon so ein bisschen rumgeplätschert. Dann auch das mit Jimmy und Jay, so mit der Törnerei, so, äh, das war nicht so ganz geschmeidig. Und irgendwie passiert seitdem nicht mehr wirklich was. Und du kannst einfach nicht eine Story einfach so, hey, die gibt's übrigens noch, aber geht dann irgendwann mal weiter. So, so dieses To Be Continued funktioniert nicht, wenn du jede Woche Shows produzierst. Und das finde ich sehr schwach. Und ich hoffe, sie kriegen diese Story wieder so in Gang gebracht, wie sie's verdient hätte. Denn, ja, also, momentan hat's mich sehr verloren. Das stimmt. Man ist einfach dann irgendwann wieder zu so einer normalen Wrestling-Storyline übergegangen, so gefühlt. Hier, da ist ein neuer Contender. Roman ist ja ohnehin relativ selten da. Das ist natürlich auch was, was zugenommen hat im Vergleich zu 2022. Er ist deutlich seltener da. Repräsentiert nicht nur sich deutlich weniger, sondern auch die Bloodline und natürlich auch die Undisputed WWE Universal Championship. Das ist eben auch was, was fehlt. Natürlich ist er dann, wenn er da ist, ist er ein Quotenbringer. Da gehen die Nadeln wirklich so ein bisschen, die pingen so ein bisschen nach oben. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die Storyline super schwer, wenn du quasi den Main-Act nur alle drei, vier, fünf Wochen hast teilweise. Und nicht nur, dass er halt eben den Titel weniger verteidigt. Das stört mich persönlich weniger. Aber er müsste einfach mehr Präsenz zeigen, um eben diese Geschichte auf der einen oder anderen Art und Weise dann eben voranzutreiben. Das ist das, was mir fehlt. Ja, es ist dann kein gutes Storytelling mehr. Es hat so ein bisschen was von George R.R. Martin, ja, wo er quasi ein komplettes Buch einfach mal darüber schreibt, wie Brienne die Stark-Töchter sucht und jeder weiß, dass sie nicht an den Orten sind, wo sie sucht. Naja, aber wir schweifen auch jetzt schon ein ganzes Stückchen ab. Also wir haben es gerade schon gesagt, Royal Rumble. Wir sind ja auch im Januar eigentlich. Wir sind ja auch immer im Januar. Da ist ja noch mehr passiert. Da ist ja noch mehr passiert, muss man dazu sagen. Wir hatten natürlich auch noch die Royal Rumble Matches. Die beiden. Und das eine hat natürlich Cody gewonnen bei den Männern. Da muss man natürlich noch mal betonen, die Leistung, die Gunther damals gebracht hat, mit weit über 50 Minuten, meine ich, im Ring. 71. Wie viel? 71. Oh, ist auch über 50, aber nicht ganz so viel. 71, Entschuldigung. Ich habe irgendwie 53 im Kommen. Nee, nee, davor war der Rekordhalter doch Ray Mysterio mit 62, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. Record-Making-Performance von Gunther, ganz genau. So war das. Und bei den Frauen natürlich nur Rhea Ripley, die das Ding sich holen konnte. Und beide sind ja dann Richtung WrestleMania und dann auch in die großen Matches gegangen. Und naja, der eine hatte Pech und die andere hatte Glück. Aber rückblickend, Kai, wie beurteilst du hier die Rumbles? Also mal ganz ehrlich, es war jetzt mit Codys Comeback beim Rumble, es war keine Überraschung, dass er gewonnen hat. Und genauso Rhea war auch eigentlich keine Überraschung, oder? Nee, also das waren auch somit die klarsten Rumble-Sieger, die wir seit Jahren hatten. Also ich habe auch so ein bisschen nachgedacht, dass es dieses Jahr wieder ähnlich wird bei den Männern, dass man sagt, Herr Cody gewinnt halt wieder. Also mal schauen, welchen Weg man da geht, werden wir sehen. Gibt ja auch einen Jahresausblick-Podcast. Und es war ja auch da, natürlich war sie schon vorher auch präsentiert, war jetzt auch nicht erst seit 2023, auch Ende 2022. Trotzdem begann mit diesem Rumble-Sieg das Jahr der Rhea Ripley. Das kann man schon ganz klar so sagen. Über Mania, über die Dominanz mit dem Belt, mit Judgment Day, alles. Also da muss man ganz klar sagen, Cody Rhodes hat dann auch seinen Weg gemacht, kommen wir gleich noch zu. Und was wir hier auch noch hatten, war das Pitch-Black-Match zwischen Bray Wyatt und L.A. Knight. Ich habe gedacht, du wolltest jetzt erwähnen, was wir hier auch hatten, war der Auftritt von Naya Jax. Das war so Foreshadowing, weißt du? Nee, da reden wir nicht drüber. Ja. Nee, wir hatten noch das Pitch-Black-Match, was cool aussah, hatte einen Look, aber war komisch. Es war ja auch sehr kurz. Und war auch nicht gut. Nee, es war ja auch sehr kurz, war ja auch so merkwürdig aufgebaut im Vorfeld. Wir wissen um die gesundheitlichen Probleme von Bray Wyatt. Und natürlich auch am Ende der verbotschte Sprung von Uncle Howdy hier von diesem Podest oben, von diesem Balkon runter auf das, ja, auf dieses Bretter-Verschlag-Bühnen-Ding da, was sehr deutlich daneben gegangen ist. Also wie gesagt, sah visuell sehr, sehr schön aus, hat uns aber auch allen so ein bisschen Angst gemacht, so, oh mein Gott, wo geht denn die ganze Schiene noch hin hier mit den gesponserten Matches, ne, wenn wir jetzt schon sowas bekommen? Hm. Aber, ich bin doch ehrlich, ja, du? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das vorhin ja schon zu euch gesagt, ne, ich kann mich an dieses Match Null erinnern. Das ist, das ist heftig. Ihr erzählt jetzt gerade was darüber und ich schaue mir Bilder zu diesem Match an. Ich weiß, dass ich es gesehen habe. Ich habe es ja mit Kai zusammen geguckt. Aber blank, also es ist wirklich pitch black in meinem Kopf gerade. Absolut keine Ahnung. War sehr kurz, vielleicht warst du auf dem Klo, ich weiß es nicht. Naja, aber trotzdem, das Traurige eigentlich an diesem Match, jetzt retrospektiv, ist eigentlich, dass es das letzte Match von Bray Wyatt gewesen ist. Und das ist das, was mich eigentlich traurig an der ganzen Geschichte macht. Wir haben damals auch so unsere Witze drüber gemacht. Und es gab ja schon im Vorfeld so ein bisschen die Meldung, dass Bray Wyatt gesundheitliche Probleme hat und sowas und man mal abwarten müsste, wie es weitergeht. Aber ich glaube, niemand hat sich zu dem Zeitpunkt, als dieses Match stattgefunden hat, wo wir uns auch so ein bisschen lustig natürlich über das Match gemacht haben, ausgemalt, dass Bray Wyatt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt sprechen, also ein Jahr später, dann nicht mehr unter uns weilen wird. Das war auch ein riesiger Schock, der dann später kam. Ja, natürlich. Aber halt auch da ist es dann immer so ein bisschen schwierig, die Sachen zu sehen, wann man die Podcasts hört. Weil ich weiß aber noch, wir haben uns auch gesagt, ach ja, was eine Kacke, Bray Wyatt ist nicht da, da muss einer nicht die Fede so alleine aufbauen. Deswegen immer, also falls jetzt Leute sagen, ach, ich höre noch meine alte Podcasts rein, immer so im Kontext der Zeit und der Informationslage. Ja, das muss man ja sowieso. Ich meine, gerade wir beiden haben uns ja auch öfters schon mal über Bray Wyatts kreative Ergüsse lustig gemacht, ne? Das war auch in irgendeiner No Holds Barth-Folge oder so, haben wir uns auch schon mal drüber lustig gemacht, was er da für Ideen hat und wie er Sachen aufziehen würde. Es war ja auch vieles weird, was da so kreativ kam, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass wir es natürlich ganz furchtbar finden, dass Bray Wyatt tot ist und er fehlt, ja? Das war ja ein großer Charakter. Das war ein toller Wrestler an sich, auch wenn ich öfters mal bemängelt hab, dass er sich im Ring selbst da nicht so viel Mühe gegeben hat wie kreativ. Aber der war super wichtig, das war eine Galleonsfigur und der war auch super beliebt Backstage. Und man hatte doch nichts persönlich gegen den, man mochte den ja auch, ja? Der Fiend war doch klasse. Und also diese Nachricht, das, boah, die kam aus der Kalten, ne? Also ... Ja, das war am 24. August hat die Meldung die Runde gemacht, dass er hier an Herzproblemen verstorben ist, auch infolge einer Covid-Erkrankung. Ja, 36 Jahre alt, ne? Ich hab's schon damals gesagt, wir haben auch da Breaking News zu gemacht und es ist immer ganz furchtbar grauenhaft, wenn du über verstorbene Wrestler sprechen musst. Wir haben es jetzt kürzlich erst mit Absolute Andy getan, haben da nochmal drüber gesprochen, das hat uns allen unfassbar weh getan. Bei Bray Wyatt war's nicht anders, auch wenn der natürlich uns nicht so nahe stand wie jetzt ein Absolute Andy, den wir alle persönlich kannten, ne? Aber ein Mann mit 36 Jahren, mit vier Kindern, Familie und so, das ist einfach super traurig. Und wir haben's ja gemerkt, auch da, die Reaktion nicht nur von euch, sondern auch von der gesamten Wrestling-Welt, die waren eben riesig groß und dieses Match beim Royal Rumble war tatsächlich sein letztes Wrestling-Match. Diese Fede mit Bobby Lashley, die ja dann Richtung WrestleMania angestoßen worden ist, mit diesem Tanzvideo damals, wie hieß es denn nochmal, Kai? Der Muscleman Dance? Der Muscleman Dance, ganz genau der. Genau der. Da ist ja alles nichts draus geworden. Das Match hat ja nicht stattgefunden und Bobby Lashley hat schlussendlich die Andre the Giant Memorial Battle Royal gewonnen. Yay. Also, es ist alles so unfassbar schade. Jetzt alleine aus Produktsicht, wenn man einfach mal zurückdenkt, was hätte passieren können, wenn er seinen Fiend-Charakter wirklich hätte entfalten dürfen und sich nicht für Goldberg hätte hinlegen müssen und andere Booking-Scherze, die da mitgetrieben wurden. Das wäre ja der Wrestling-Charakter gewesen. Und ja, einfach schade. Und ja, sein Tod ist unfassbar traurig. Ganz ehrlich, das mag jetzt hart klingen, aber ich möchte da gar nicht weiter groß drüber reden, weil das drückt, glaube ich, so jetzt auf die Laune, wenn wir hier über einen Jahresrückblick sprechen. Einfach schlimm. Einfach, einfach schlimm. Ja, so ist es. Begeben wir uns dann trotzdem mal auf die Road to WrestleMania. Also, wir haben natürlich noch viel, viel mehr verstorbene Wrestler. Wir werden auch gleich noch ein paar ansprechen. Aber machen wir jetzt nicht zum Hauptthema natürlich. Ist aber leider so. Road to WrestleMania, wir haben gerade schon natürlich Elimination Chamber angesprochen. Davor gab es auch natürlich noch eine Menge Aufbau hier. Zum Beispiel haben wir gesehen, wie Lita zurückgekehrt ist und Becky Lynch dann auch beigestanden ist. Und wir haben im Vorfeld so ein bisschen überlegt, was waren denn die großen Fäden bei den Frauen im Jahr 2023? Und tatsächlich bleibt da nicht so viel bei übrig. Und sehr viel ist eben dann diese Geschichte und dann eben auch im weiteren Verlauf noch die Fäde mit Becky Lynch und Trish Stratus. Und dann immer Damage Control, muss man hier sagen. Aber Kai, so die Damen-Division sehr stark bestimmt durch einzelne, wenige Geschichten. Aber jetzt, wir haben da keine Bloodline-Story, die so über allem thront. Wir haben natürlich Damage Control, die immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Wir haben große Charaktere wie eine Becky, wie später auch eine Charlotte, die auch dieses Jahr eine Auszeit genommen hat. Belle-Air, die auch zeitlang weg gewesen ist. Rare Ripley natürlich. Aber so diese ganz große Story, wo man sagt, yes, das war die Story der Frauen in diesem Jahr. Die gibt's eigentlich nicht, oder? Nee, die gibt's nicht. Und es gibt auch wenig, wo du sagst, ach ja, das war ja auch noch mal so eine Story für ein paar Wochen. Also, die waren ja trotzdem dann auch Mau, die du hattest. Auch Damage Control. Die waren ja einfach immer da und haben irgendwas gemacht. Also, da ist ja sogar bei Rollins gegen Nakamura oder Rollins gegen Finn Balor mehr Storyline gewesen. Und das waren keine bedeutenden Fäden, muss man ja ganz klar sagen. Weil Rhea hatte zwar trotzdem ihr starkes Jahr, aber die Fäden in ihrer Division. Also, ich glaub, du könntest so einen Supercut machen aus allen Podcasts, wo wir sagen, ja, so ein Übergangsgegner. Ja, so ein Übergangsgegner. Also, das hast du bei ganz vielen Sachen gehabt. Und die größte Fäder war dann trotzdem auch, wie du sagst, Becky gegen Trish. Und sonst war da recht wenig. Klar, dann schmeißt du noch mal hier irgendwie einen Tag-Title-Run rein. Ja, dann hast du noch mal irgendwo Ronda Rousey mit und gegen Shayna Baszler. Aber das ist ja, das sind ja so drei Wochenfäden gefühlt. Das sind ja auch Sachen, bin ich ganz ehrlich, an die hätte ich nicht mehr gedacht, hätte ich mich nicht heute auf einen Jahresrück vorbereitet. Also, dieses furchtbare MMA-Match zwischen Shayna Baszler und Ronda Rousey hat sich bei mir so tief eingebrannt, da hätte ich dran gedacht. Aber ja, es ist ja eigentlich das, was wir seit Jahren beklagen, dass bei WWE es kaum Storylines für die Frauen gibt. Es ist die Championess oder die Championessen, je nachdem, ob ein Roster-Split da ist oder nicht, stehen im Mittelpunkt der Division und haben eine Fäde. Und der Rest wird irgendwie zusammengeschmissen. Und mit Abwandlung war es das ja auch in diesem Jahr. Gut, du hast jetzt mit Damage Control und Stable gehabt, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert hat. Ich glaube jetzt, momentan ist so die interessanteste Phase eigentlich von ihnen. Sie waren zwischendurch mal sehr kalt. Und ja, dann hattest du davor halt, als Bianca noch den Titel hatte, war sie immer der Mittelpunkt. Rhea Ripley hat eigentlich keine richtige gescheite Fäde gehabt. Da wird alles davon getragen, dass sie halt in dieser Judgment Day-Story drin ist und dass sie halt einen unfassbar guten Charakter hat. Oder vielmehr einen Charakter hat, der unfassbar gut von den Fans angenommen wird mit Mami, Rhea Ripley und noch Dominic Mysterio dabei. Und das trägt es halt irgendwie. Aber gerade bei Rhea hoffe ich, dass da mal irgendwas kommt, das auf ein Ziel hingearbeitet wird. Das wirkt alles so ein bisschen, als würde es in der Luft schweben. Und ja, Damage Control, bin ich mal gespannt. Ich hoffe, sie lassen sich was Besseres einfallen, als einfach nur, dass Bianca Belair dann doch noch ihre Rache bekommt und den Titel wieder zurückholt. Nichts ist unmöglich, sage ich mal. Aber es ist tatsächlich schon fast kurios, dass Nerea Ripley die dominante Frau im WWE-Kader ist und ein absoluter Star ist, aber eigentlich keinerlei große Geschichte innerhalb ihrer eigenen Division hat, sondern eigentlich mithilfe der Männer overgekommen ist und mit der Art und Weise, wie sie mit den Männern interagiert. Das wollte ich jetzt noch sagen. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Das muss ich hier noch ergänzen. Also, wie gesagt, immer eigentlich Champion im Fokus und hat die Story. Rhea hat eigentlich keine Story. Sie ist halt Part von dem Stable da. Und der Story, das wird dann getauscht, dass dann stattdessen es die Story gab mit Trish und Becky. Das wollte ich noch anwählen. Aber da sind auch gute Matches bei rausgekommen, muss man dazu sagen. Also, auch Trish und Becky. Ein gutes Matches rausgekommen. Aber da sind wir noch nicht. Da sind wir noch nicht. Wir sind ja noch am Anfang des Jahres. Wir springen hier munter durch die Gegend, wie sich das gehört für so einen Jahresrückblick. Ja, du hier heute. Gar nicht. Doch, du. Ach. Wir sind ja aber noch im Aufbau zu Wrestlemania. Und da wissen wir natürlich, Rhea hat sich ja dann hier für ihre alte Nemesis Charlotte entschieden. Und Cody hat sich ja dann für Roman Reigns entschieden, um seine Geschichte zu vollenden, was so mittel geklappt hat. Aber Kai, wie hast du damals den Aufbau von Wrestlemania wahrgenommen, speziell auch von den Champion-Matches? Ja, also es war ja bei Cody natürlich sehr emotional. Das klassische Emotionale. Ich muss die Geschichte beenden. Mein Vater hat den Belt nie gewonnen. Ich hole ihn heim. Ich hole den Weltmeistergurt. Und man ist ja auch schon davon ausgegangen, ja, Cody macht das natürlich. Jetzt, Story wird gefinisht. Und dann ist gut. Bei Rhea war es, fand ich, eine recht klassische Fede. Natürlich hast du nochmal aufgegriffen, hier, damals hat Charlotte gewonnen, Rhea hat den Belt abgenommen, aber Rhea ist jetzt eine andere Person geworden. Also die Rollen sind so ein bisschen vertauscht, aber nichtsdestotrotz, also die beiden Matches aus den Rumble-Siegen haben sich so ein bisschen von selbst ganz klassisch geschrieben, muss ich ganz klar sagen. Also da waren Sachen drumherum, die hatten ein bisschen mehr Feuer, meiner Meinung nach. Auch Usus gegen K.O. und Sami Zayn hat ein bisschen mehr Feuer, auch wenn es natürlich ein bisschen gezogen war mit dem, ja, Kevin Owens hat eigentlich gar keine Lust und dann, ja, bin ich doch auf seiner Seite, hat es sich gezogen, ja, ein bisschen, war es ein geiler Moment und sind alle ausgerastet, als Kevin Owens meinte, ja, da bin ich doch dabei, klar sind alle ausgerastet, weil es halt geil war. Es hat sich halt für Sami so ein bisschen wie ein Trostpreis angefühlt. Wir haben uns alle diesen Moment bei Elimination Chamber gewünscht und, ey, ganz im Ernst, es war doch wirklich so auch von Woche zu Woche, also um jetzt nochmal so die kleinen Schritte zurückzugehen, von Elimination Chamber auf den Weg dahin, warst du so, ja, glaubt ihr, er kann es schaffen? Und man hat das Gefühl gehabt, dass so mit jedem Tag wuchs so ein bisschen mehr Hoffnung, nur, dass wir am Ende dann doch wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden sind, so, ja, gut, wir haben es doch eigentlich alle gewusst, ne, aber man, es war dann ja auch so dieses Typische, wo man wieder zum Mark wird, Sami verliert bei Elimination Chamber und eigentlich in der Sekunde, wo er verliert, denkt man sich so, naja, dann gibt's bestimmt einen Triple Threat bei WrestleMania. Das gewinnt er dann, das muss er dann gewinnen. Richtig, das, ja. Aber zu Rhea gegen Charlotte noch kurz angemerkt, ja, war eher lame erzählt, so die Story, aber im Grunde genommen brauchte man's eigentlich auch nicht, weil alle keinen Bock auf Charlotte haben und sie einfach verlieren sehen wollten. Aber es war ein sehr, sehr gutes Match. Es war ein fantastisches Match tatsächlich. Das muss man hier mal sagen, wahrscheinlich das beste Match zweier Frauen, was wir jemals bei WrestleMania und vielleicht sogar jemals bei WWE gesehen haben. Ich fand das unglaublich gut. Ja, vor einigen Jahren, das Triple Threat, was war das, Charlotte, Becky, Sasha oder so? Das war auch sehr, sehr stark. Aber ja, ich muss noch was anmerken zu dem Match bei WrestleMania von den beiden. Versaut hat es mir hinterher ein bisschen, wo Charlotte wieder dieses gönnerhafte Nicken und Lachen so, haha, ja, du hast mich übertölpelt. Eigentlich bin ich ja so, weißt du, lass es doch einfach mal. Gönn den anderen das Spotlight und dass sie den Titel gewinnen und niemand mag dich genau wegen solcher Szenen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war bei WrestleMania 32 übrigens das Match, was du meintest. Genau, genau. Das war sehr, sehr gut. Das war auch sehr gut. Ich würde aber tatsächlich das hier noch eine Stufe drüber legen. Ja, vermutlich. Und ich würde auch Sascha gegen Bianca Belair noch drüber legen als über das Triple Threat. Das war auch sehr, sehr gut. Ja. Was haben wir noch bei WrestleMania gesehen? Also, wir haben unter anderem natürlich auch noch das Vater-Sohn-Duell gehabt mit Rey Mysterio gegen Dominic Mysterio, wo wir ja ... Oh Gott, wisst ihr noch, wo dann das Auschwitz-Bild war? Oh, come on. Mit dem Kruf von Dom. Das war echt dumm. Natürlich war das dumm. Da hat irgendein Praktikant Stock-Footage verwendet, weißt du? Ja. Jetzt hat er auch so, ja, hat irgendein Praktikant gemacht. Aber wenn ich irgendwie nicht weiß, an welchem Tag Undertaker irgendwie Durchfall hatte 1972, ist so, Kai, du musst schon besser vorbereiten im Podcast. Aber Moment, wenn wir jetzt gerade bei Olaf bashing sind, ne, möchte ich auch noch was anmerken. Olaf hat uns ein Handout gemacht, was sehr ausführlich und sehr, sehr gut ist. Vielen Dank, Olfi. Wirklich, dass du dir die Mühe gemacht hast und die Zeit genommen hast. Aber ich find's so geil, bei der News, Goldbergs WWE-Vertrag läuft aus. Er schreibt nicht, er ist nun Free Agent, sondern er zieht es natürlich auf sich und schreibt, Goldberg ist nun Freelancer. Das stimmt. Schreibt jetzt frei verruflich. Ja. Mach Tests zu PC Games jetzt. Ja. Ne, aber noch, natürlich jetzt zu Mania, Logan Paul-Match wieder abgeliefert gegen Rawlins. KSI kassiert einen Move durch den Tisch, versteckt in einer Prime-Flasche. Und wir hatten ein sehr maues Theory gegen Cena-Match. Ja. Das war echt nicht so doll. Also es war cool natürlich, muss ich natürlich noch mal anmerken, ich war halt live da, war mega geil, Cena zu sehen, ich hab den noch nie gesehen, von daher bin ich zufrieden. Ist auch immer noch krass, daran zurückzudenken, dass es jetzt auch schon irgendwie neun, acht Monate her ist, da gewesen zu sein. Ist wirklich surreal. Aber trotzdem, das Match Theory gegen Cena hat nicht so viel für Theory gemacht, wie man mal dachte. Ne, jetzt gerade zurückblickend, ich weiß, dass wir da gesagt haben, ach ja, hat ihm schon geholfen, aber jetzt nicht so riesig, aber jetzt im Endeffekt kann man halt sagen, ne, hat ihm gar nicht geholfen. Ganz klar. Ich erinnere mich noch, ich glaube, das war der Preview-Podcast zu WrestleMania, wo wir auch so darüber schwadroniert haben, was das für ein großes Ding ist und wie das Theory Aufwind verleihen kann und vielleicht gewinnt Cena den Belt und Theory holt sich den dann zurück in irgendeinem Hardcore-Match, so, so, so ein bisschen Orton gegen Foley damals bei Backlash 2004, aber ne, es war einfach ein lahmes Match. Ja, ganz klar, ganz klar. Natürlich hat sich auch in den Monaten zuvor, wir haben auch die Judgment Day Story natürlich noch weiter gehabt, gerade da gegen Edge, da gab es ja auch bei Elimination Chamber dieses Mixed Tag Match zwischen Edge und Beth Phoenix auf der einen Seite und Finn Balor und Rhea Ripley auf der anderen Seite, dann eben bei WrestleMania hat man dieses Hell in a Cell Match zwischen Edge und Finn Balor, wo wir uns vor allem wahrscheinlich an die Platzwunde von Finn Balor erinnern. Ja, und der Aufbau, der richtig shitty war. Du hattest ja bei Elimination Chamber Der Schwebe-Kopf-Edge. Was? Der Schwebe-Kopf-Edge. Ja, alles, es war ja sowieso, du dachtest, das ist jetzt längst endlich mal beendet und auf einmal heißt es, ach ja, es ist ja WrestleMania, Hell in a Cell, wir klären das jetzt so. Ich dachte, ihr habt das vor Monaten geklärt, Leute, so. Ja, das stimmt, das stimmt. Und was haben wir noch gesehen? Ich glaube, was wir auch positiv erheben müssen, IC-Titleman, Triple Threat, Gunther gegen Sheamus, gegen Drew McIntyre. Nee, das muss man nicht positiv hervorheben, das war mit das beste Match zu WrestleMania. Also, das muss man mehr als positiv hervorheben. Das war ein der besten Match des Jahres. Ja, das war ein richtiger fucking Banger. Ja, das war super. Apropos Banger, Lesnar gegen Ormus war keiner. Ach so, ich dachte, du sagst jetzt Snoop Dogg gegen The Miz. Ich dachte, du sagst jetzt Shane McMahon, macht sich hier das Knie kaputt. Nee, also erst einmal Snoop Dogg fährt seinen ersten WrestleMania-Sieg ein, sehr, sehr stark. Celebrity-mäßig, eine recht schwache 0815-Mania eigentlich erst, weil die eine Überraschung war Pat McAfee, mega. Die andere Überraschung war Shane McMahon, noch mehr mega. Ja, macht dann quasi wie Vince im Rumble 2005, verletzt sich erst mal und sagt, Leute, ich bin raus. Snoop Dogg, natürlich Profi, wie er ist, sagt, okay, die Chance nutze ich, holt sich sein W bei WrestleMania, schön den People's Elbow gegen The Miz gezeigt, war wirklich witzig, improvisiert kann man nichts gegen sagen. Und natürlich Main Event, ja, schon auch eine sehr große Überraschung, natürlich die ganzen schlauen Leute waren dann so, ja, ist doch klar, dass das passiert. So klar fand ich das nicht. Also in den ersten Stunden und Tagen danach hat niemand gesagt, ist klar, dass das passiert. Ey, ich habe unseren Instagram-Account betreut, doch es haben auch viele Leute gesagt, so, hä, war da voll klar, dass das passiert. Ja, am Arsch, ganz ehrlich. Deswegen habe ich, also ich war genauso schockiert und ich bleibe auch dabei, dass damit auch keiner gerechnet hat, außer natürlich die ganz schlauen Leute. Ja, Roman hat dann doch Cody besiegt und ich habe es immer noch in dem Zusammenhang für eine dumme Entscheidung gehalten. Klar, natürlich kann man es wieder sagen, ja, aber die, was soll denn das Face danach machen? Blablabla, Face ist immer schwierig, rüste gerne raus an Hangman Adam Page mit einem der langweiligsten Runs der Geschichte. Nichtsdestotrotz, da hat dann angefangen, das Roman-Schema bei Matches auch so ein bisschen zu nerven, muss man ganz klar sagen. mit Solo ist raus, der Ref sagt, ja, du darfst nicht mehr eingreifen und dann kommt dann doch Solo wieder. Also, das war dieses klassische Roman Reigns Booking. Ja, und das Ende war ja auch sehr plötzlich. Ich weiß, da haben wir alle gedacht, okay, jetzt ist es vorbei, das war es jetzt schon. Also, es war jetzt nicht so das große Drama, was man hier entfaltet hat. Das hat mich vor allem auch geärgert. Ja, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann man sagen, das war eine sehr, sehr gute WrestleMania. Das stimmt. In der Gänze, gerade wenn man, wenn man sich das jetzt mal so, es gab auch noch einen NXT Stand and Deliver übrigens, das können wir aber tatsächlich so ein bisschen geflissentlich übergehen, weil ich muss sagen, Ich würde noch mal ganz kurz, einmal, also weil du gerade schon NXT angesprochen hast, ich würde trotzdem noch einmal ansprechen, weil wir da auch so ein bisschen drüber weggegangen sind, im Februar war noch Vengeance Day, da hat die Regentschaft von Wesley begonnen, die jetzt auch zu einem doofen Ende gekommen ist, so ein bisschen, beziehungsweise Wesley und seine Geschichte mit dem North American Championship haben so ein bisschen doofes Ende bekommen. Trotzdem hat da ein sehr gutes Jahr, finde ich, für den North American Championship angefangen und Grayson Waller war noch bei NXT. Das wollte ich noch zu Vengeance Day sagen und zu Stan and Deliver selbst. Da ging dann auch so ein bisschen dieses Pech los, um die Damens Championship mit Vakantin und mit häufiger mal wechseln, weil Indy Hartmann hat sich eigentlich in einem sehr coolen Letter-Match den Belt geholt, natürlich mithilfe von Dexter Loomis und dann standen wir die Gargano-Family zusammen, was ein cooler Moment war. Leider musste der Belt dann vakantiert werden, das war ein bisschen Kacke. Außerdem habe ich Indy Hartmann und Dexter Loomis im Goldstream getroffen, auch noch mal erwähnen, was ich für ein cooler Typ bin. Wir hatten da auch ein unfassbar starkes Fatal-Five-Match um die North American Championship, denn auch dann noch mit Dragon Lee dabei, mit Ilya dabei, das war extrem stark und Carmelo Hayes, ist NXT Champion geworden und hat uns alle, aber in erster Linie auch mich, von Braun Breaker erlöst. Ja, Braun Breaker, ne? Unser alter Freund. Ja, du bist immer so, ja, der hat sehr viel Potenzial. Der hat auch Potenzial. Ich liebe den, oh, Poster von Braun Breaker. Ich habe mir das Gesicht von Braun Breaker auf so ein Kissen gedruckt, weißt du, und ich kuschel immer mit dem. Zu nachts nur kuscheln. Yes, naja, machen wir weiter. Natürlich, die Geschichte mit dem Verkauf beziehungsweise Übernahme von WWE manifestiert sich dann auch im Rahmen des WrestleMania-Wochenendes. Da wird nämlich klar, Endeavor übernimmt die Mehrheitsanteile und es wird ein neues Unternehmen geben, das sich aus WWE und UFC zusammensetzt und das sollte dann im späteren Verlauf TKO sein. Ja, das war auch schon eine große Nummer einfach, dass wir hier vor allem auch eben, wie gesagt, UFC und WWE plötzlich zusammen haben. Ja, und das Schöne daran war dann nämlich, Raw After Mania, geil, Triple H kommt raus, weil es ist ja an dem Montag auch so ein bisschen bekannt geworden und es hieß, ja, da gibt es jetzt diese Fusion, aber es wird sich nichts ändern. Wir machen weiter wie bisher und es folgte einer der beschissensten Raw After Manias in den letzten Jahren. Also das war wirklich, die war wirklich super, super schwach. Die einzige, nennen wir es mal Überraschung, war die Attacke von Lesson of Cody Rhodes. Aber das Ding, weil dann war auch wieder, oh, Vince McMahon ist mehr da. Das war eine ganz, ganz schreckliche Raw After Mania. Das stimmt, das stimmt. Aber natürlich ein großer Paukenschlag, damit, ja, WWE ist nicht mehr in der Hand der McMahons. Also plötzlich haben wir kein Familienunternehmen mehr, in Anführungsstrichen. Nachgegangen relativ gut dann eben auch. Aber vor allem auch natürlich die Position von einem Vince McMahon, der quasi vom Alleinherrscher hier dann zu einem, ja, untergebenen, um es so ein bisschen hoch zu stilisieren, degradiert wird. Er ist dann quasi auf einmal nur noch ein Minderheitsanteiler innerhalb dieses Unternehmens. Und was das bedeutet, haben wir dann im späteren Verlauf auch gesehen. Weil wir merken jetzt hier so, ah ja, da verändert sich schon ein bisschen was. Wir sehen es auch an der Firmenausrichtung natürlich, mit den internationalen Shows, die angekündigt worden sind. Sei es jetzt der WWE Bash in Berlin für das kommende Jahr oder dann eben auch Backlash im kommenden Jahr, was ebenfalls natürlich jetzt in diesem Jahr noch angekündigt worden ist. Also da merkt man schon, da ist eine Veränderung drin. Aber man merkt vor allem auch, dass da die Posten stärker verteilt sind. Und das sollte ja im späteren Verlauf noch zu kleineren Umwerfungen führen. Ja, aber um Umwerfungen, lieber Kai, Chris kommt gar nicht zu Wort, den nehmen wir gleich wieder dran. Weißt du noch, als CM Punk bei Raw aufgetaucht ist? Ja, sicher. Also nicht vor der Kamera, sondern hinter der Kamera? Ja, wo es hieß, ah, CM Punk war da, hat so ein bisschen mit Leuten geredet, auch alles nett, hat mit The Miz geredet. Und dann hat Triple H gesagt, ja, mach mal, dass der so geht, ist nicht so cool. Und dann gehen natürlich auch die Spekulationen los. Was macht er da? Weil das war ja noch vor CM Punks eigener Show Collision. Dann nutzt er da jetzt so ein bisschen seine Macht aus, streckt er die Fühler aus. War gut im Endeffekt. Sag ich mal, dass er da war. Hat sich gelohnt. Also, wenn man CM Punk eins lassen muss, ist, dass der Typ ist halt echt gut in Self-Marketing, ne? Das kann er halt irgendwie, ne? War auch eine Personalie, die hat uns nicht losgelassen. Und ich kann jetzt schon sagen, also der zwei Jahre CM Punk bei AEW-Podcast ist der meistgehörte Podcast bei Headlock gewesen. Das kann ich jetzt schon sagen. Außer der Podcast hier, hört sich jetzt innerhalb von drei Wochen extrem gut, aber glaube ich nicht so dran, dass der so durch die Decke geht. Aber der CM Punk-Podcast, der war sehr, sehr gut. Und den kriegst du nämlich gleich wieder dran, wenn wir beim Draft dran sind. Aber es gibt erstmal natürlich noch eine neue Championship, die verkündet wird. Das ist die World Heavyweight Championship. Das war dann Ende April, wurde die angekündigt. Und jetzt kommen nämlich dazu, das hat der Chris auch schon so ein bisschen angedeutet, ja, der Draft hat ja da stattgefunden, ne? Als ob es bei WWE einen strengen Roster-Split geben würde. Und ich hab mir so die Liste mal durchgeschaut, wer ist da wie, wohin gewechselt. Da sind ja auch noch einige ziemlich unter die Räder geraten, wenn man ehrlich ist, oder? Chris? Ach, jetzt werd ich wieder angesprochen hier. Ja. Natürlich bei den komplexen Sachen, wo irgendwie Leute ihr Roster wechseln über mehrere Wochen gefühlt lang und aber irgendwie doch nicht. Aber hier so über CM Punk Backstage, da kann der Kai sprechen. Du kannst auch was über CM Punk sagen. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Ja, aber was heißt unter die Räder gekommen? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht ganz genau, worauf du hinaus willst mit unter die Räder gekommen. Odyssey Jones zum Beispiel, der zu Raw gewechselt ist von NXT und nie einen Raw-Auftritt gehabt hat. Weißt du eigentlich, dass Indus Shear und also Jinder Mahal, Sangha und wir eigentlich auch bei Raw sind? Ja, das weiß ich tatsächlich. Aber ich hab sie vergessen, bis du's jetzt grad gesagt hast. Stimmt, die gibt es noch. Ja, aber bisschen Schwund ist immer, ne? Also außer, dass dieser Roster-Split nicht so hart ist, wie man's denken konnte, als sie da den Draft angekündigt haben. hab ich jetzt grad nicht so viel zu meckern. Also deshalb ist es mir relativ wurscht. Ich find, dass mit dem Roster-Split ist auch gerade so in den ersten Wochen oder Monaten ist es noch sehr stark aufgefallen, dass es verwässert war. Mittlerweile geht's dann doch halbwegs. Und ja, der Draft selbst war, ach ja, ich find, sie machen's nicht mehr so schön, wie's noch so Anfang der Nullerjahre war. dann, da hatte das immer noch so ein bisschen chaotischen Charme und mittlerweile versuchen sie es zu, ja, zu sportlich zu machen, so ein bisschen NFL-Draft-mäßig auch und dann auch wieder nur diese Sachen, die online laufen, find ich immer ein bisschen doof zu verfolgen. Oh ja, wir haben übrigens eine Sache auch vergessen, ich weiß, dass Kai ist ein riesengroßer Fan dieses Stables, auch der, der, die Latino World Order, die Latino World Order wurde auch 2023 gegründet übrigens. Ja, Grüße auch von mir. Ende März. Haben wir ganz vergessen. Hallo, du bist doch hier Nummer 1, LWO-Fan. Dachte sogar erst, die wurde bei Dingens gegründet, da bei Backlash, wenn ich ehrlich bin. Nee, da gab's die schon, da gab's die schon tatsächlich. Nee, was haben wir noch gehabt? Also dann sind wir ja quasi schon im Mai-Dring. Kai, willst du noch was zu Draft sagen? Moment, 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 ich bin noch nicht fertig mit dem Draft. Achso, Entschuldigung. Du redest natürlich dann nur über die Leute, die unter die Räder gekommen sind mit irgendeinem Typen auch von NXT, der mir noch nie irgendwie vor die Augen gekommen ist. Aber Imperium, das war ja wohl ein großer Schritt von SmackDown zu Raw. Da wusste man doch, dass da ein Gunter sehr in der Gunst weiterhin gestiegen ist, oder nicht? Du meinst der Gunster? Ja. Oh Gott. Du hast noch schlechtere Wortwitze als ich. Das finde ich schön. Meine Freundin sagt immer Dad-Jokes dazu einfach, wenn ich so schlechte Wortwitze mache. Nee, generell natürlich der Draft auch stark getrieben durch die Stables, ne? Also der Judgment Day dann eben bei Raw, dann Imperium noch mit dabei, Sami Zayn und Kevin Owens da wirklich auch gemeinsam, Full-Time sozusagen bei Raw. Das hat man dann schon gesehen. Wir haben ganz klare Verteilung gehabt. Raw gehört sozusagen dem Judgment Day und SmackDown gehört der Bloodline. Ja gut, hallo, hallo, den OC gibt's auch noch, ne? Oh ja, da freut er sich. Und die LWO gibt's auch noch, die ist auch bei SmackDown geblieben. Ja gut, und man muss sich auch dieses Ganze wieder auswurschteln mit Champions werden gedraftet, obwohl sie eigentlich SmackDown oder Raw Women's Champion sind. wie Bianca Belair. Das musste dann ausklamüsert werden. Du wusstest natürlich, klar, wenn Gunther jetzt als IC Champ zu Raw geht, geht natürlich auch Austin Theory als US Champ zu SmackDown. Das waren ja quasi diese Standard verpflichtenden Dinger. Also, da war ja auch vieles so ein bisschen, wir begradigen mal kurz und schieben hin und her, ne? Also, aber wenn ich mal jetzt mal gerade so in Richtung Call-Ups schiele, ne? Also gerade jetzt die so von NXT hochgeholt wurden. Es gab ja auch Picks, die sind ganz normal in der Show angekündigt worden. Also jetzt hier Elberfire, Isla Dawn. Ja, hatten jetzt einmal das Match bei SmackDown, aber seien wir mal ehrlich, schon auch viel egal. Gut, in die Hardware Pech gehabt. Apollo Crews, oder? Kennt ihr noch jemand? Wurde dann ja, ist ja auch so ein Draft-Pick, der dann bei dieser Show danach angekündigt wurde. Aber einer der Picks oder zwei der Picks, die so gefühlt egal waren, waren ja JD McDonough und Zoe Stark. Und gerade JD McDonough hat sich jetzt sehr etabliert in seiner Rolle im Judgment Day und auch eine Zoe Stark. Natürlich fühlt es ja jetzt keine Rhea in den Thron, haben wir ja auch gesehen, aber war jetzt auch in Championship-Matches drin. Also gibt schlechtere Call-Ups und gibt auch ganz klar schlechtere normale Drafts, so wie Lacey Evans oder die Maximum Male Models, die beide alle nicht mehr da sind. Ja, und man muss ja auch sagen, Zoe Stark war ja auch in dieser Story da mit Trish und Becky involviert. Ja. Also da konnte man ja auch sehen, wie viel die Offiziellen auf sie zählen, wenn sie halt an die Seite eben von der Hall of Famer gestellt wird. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und JD McDonough muss man auch noch zu sagen, er hat nicht nur seine Rolle beim Judgment Day gefunden, wenn er Matches bekommt bei Raw, reißt er halt auch richtig ab. Das ist ein richtig guter Wrestler. Oder halt auch so Leute wie zum Beispiel Cameron Grimes, die normal in der Show gedraftet wurden, gehen dann irgendwie unter, aber dann jemand wie Grayson Waller, der dann bei Raw Talk auftaucht, ist eigentlich jede Woche im TV zu sehen, ne? Also so unterschiedlich sind auch manchmal die Sachen. Ja, wer natürlich eine große Bereicherung auch für SmackDown gewesen ist, ist Pretty Deadly, muss ich ja mal gerade sagen. Absolut. Ich liebe ja die Jungs. Ich finde die unglaublich unterhaltsam. Yes. Und finde es sehr schön, dass die auch sich da eingefunden haben quasi, dass die auch ihre Position gefunden haben, dass man da auch wirklich klar sieht, ach guck mal, da führt die Reise hin. Schade mit der Verletzung, die er so ein bisschen aus der Bahn getroffen hat. Ja, das ist halt unglücklich gewesen. Aber ja, ansonsten war das dann eben schon ein solider Draft, der einfach den Weg vorgegeben hat. Und wie gesagt, wir haben uns jetzt hier auf dem Weg, das war bei WWE einen neuen World Heavyweight Champion suchen, der dann in Belde quasi ausgefochten wird. Aber erst mal stand noch Backlash auf dem Plan. Und Backlash, das fand 2023 in Puerto Rico statt. Ich weiß, dass wir vorher gesagt haben, so ja, das wird garantiert von der Stimmung her so ganz geil. Wir haben diese Fäde mit Cody und Brock Lesnar. Das hat sich so ganz ordentlich angefühlt. Wir haben da natürlich auch noch mal diese Aufbereitung der Bloodline-Geschichte mit Solo Sikor und den Usos gegen Matt Riddle und Sami Zayn und Kevin Owens. Aber ich bin ehrlich, Matt Riddle. Bitte? Matt Riddle war auch noch da. Genau, aber ich bin ehrlich, ich hätte damals nicht erwartet, dass uns hier das Match Bad Bunny gegen Damien Priest so abholt, oder lieber Chris? Also gerade auch mit der Ovation, die eine Bad Bunny hier als wirklich lokal hält. Also da kann man es, glaube ich, gar nicht, da ist, glaube ich, das Wort hält auch absolut richtig mal, oder? Ja, das ist absolut krass. Auch eine Selina Vega, wie die abgefeiert wurde. Das hast du ja auch gesehen, wie die am Heulen war. Das war echt cool einfach. Und Bad Bunny, ich finde den Typen unfassbar doof irgendwie und seine Musik ganz, ganz schlimm. Aber das scheint ein cooler Typ zu sein, der reißt sich auch den Arsch auf, der will was zeigen. und wenn er dann da so einen Streetfight gegen Damien Priest, also gegen den richtigen Wrestler gewinnt, nimmt man es irgendwie nicht ganz so übel, weil er scheint einfach ein guter Typ zu sein und auch abzureißender und sich Mühe zu geben. Also war ein echt gutes Ding. Das wurde nicht alleine von den Publikumsreaktionen getragen. Das war auch einfach ein richtig guter Streetfight. Ja. Aber man muss ganz klar sagen, also der Entrance war mit einer der Besten des Jahres, weil die Crowd ja das ganze Ding irgendwie mitgesungen, mitperformt hat. Also der hat schon richtig geballert. Ja, das war richtig gut. Und das war ja irgendwo auch so der Aufstieg von Damien Priest. Er hat hier zwar verloren, aber wie es so oft bei WWE ist, so, ja komm, tu du uns einen Gefallen und leg dich für den Prominenten hin. Gib uns diesen Vertrauensbeweis und wir kümmern uns um dich. Das ist auch so ein bisschen auch ein Sami Zayn, ne, der da gegen Johnny Knoxville da einstecken musste. Mit dem hatten sie auch schon was vor. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt für Damien Priest, muss man mal so sagen. Das stimmt. Ne, aber ansonsten war es auch eine relativ unterhaltsame Show einfach, ne, mit den großen Matches, die da auf jeden Fall auch abgeliefert haben. Und das ist auch was, was, finde ich, WWE in diesem Jahr stärker gemacht hat. Klar hatte man Filler-Matches dazwischen, auch niemand hat dran geglaubt, dass Selina Vega Real Ripley entthronen würde. Aber die großen Matches, die haben halt auch immer abgeliefert. Nicht, immer ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich habe gerade so Jey Uso gegen Roman Reigns im Kopf, was einfach nur sehr, sehr zäh gewesen ist. Aber da hat man doch schon eine Schippe draufgepackt im Vergleich zu früheren Jahren. Ja, was haben wir hier noch? Und wir hatten Rollins gegen Ole Miss, was natürlich auch ein absoluter Deinhaber war. Ja, das war Das dürfen wir nicht vergessen. Das war herausragend. Aber auch hier, also das war dann ja das Match der beiden, oder das erste Match der Cody gegen Lesnar-Fehde. Der spätere gebrochene Arm dann, der immer und überall gesellt wurde. Auch bei Media Scrubs. Ja gut, da ist Cody ja gut drin. Wir haben es gesehen, zuletzt der gebrochene Knöchel, den wir gehabt haben, den hat er auch beim Autogramme geben in Köln irgendwie verkauft. Also von daher, das mag der Cody. Und ja, also Backlash kann man mitnehmen. Aber ich glaube, der Wendy weiß wirklich noch dieses Match mit Bad Bunny und Damien Priest im Kopf im Hinterkopf behalten. Und du hast es gerade angesprochen, Kai, also die Fäde zwischen Cody und Brock Lesnar, das ist auch wirklich das, was sich dann in den kommenden Wochen in den Mittelpunkt gespielt hat. Plus natürlich die Tatsache, dass wir dieses Turnier gehabt haben, um die neue World Heavyweight Championship, wo wir jetzt alle gewundert haben, Moment mal, warum wrestlen eigentlich, wenn das ein Raw-Title ist, warum wrestlen eigentlich Stars von Raw und SmackDown? Naja, schlussendlich soll es ja das Finale zwischen Seth Rollins und AJ Styles geben, dann bei Night of Champions Ende Mai und da konnte sich dann Seth Rollins durchsetzen. Aber da bin ich ehrlich, bei den Namen habe ich mir da mehr von erwartet, oder Chris? Wie hast du es damals gesehen? Ja, 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 genau das. Das war jetzt kein schlechtes Match, überhaupt nicht, aber, ja, ne, ne, das ist irgendwie aber auch so ein bisschen, also das haben sowohl Seth Rollins als auch AJ Styles, genau bei den Matches, wo man denkt, das wäre ein richtiger Banger, fehlt was. Also erinnern wir uns mal an Styles gegen Nakamura zum Beispiel. Ja, Klassiker, Klassiker. Ja. Nüsse treten, sag ich das so nur. Nüsse ploppen. Ja. Ne, aber das war dann eben nicht so und Kai hat ja schon gerade angesprochen, auch so die, die Bloodline-Story hat ja auch so einen kleinen Durchhänger, also jetzt ohne dass dieses Match zwischen Sami Zayn, Kevin Owens und Roman Reigns gegen Solo Sikor, dass das im Main Event jetzt schlecht gewesen wäre, aber das war jetzt nicht der große Knall, den es da gegeben hat. Es war kalt, es fühlte sich ein bisschen kalter. Kai, wie siehst du das? Ja, da bin ich eigentlich auch dabei. Es war, also das war in dieser Film, wo man denkt, okay, da wird es jetzt richtig knallen, aber dann war es mit, also, es war halt nicht schlecht, ne, also, aber es war so okay, wo du sagst, ja, es ist halt ein Match, würde ich aber, würden wir keinen Jahresrückblick machen, jetzt auch nicht nochmal wirklich dran denken. Ja, wir haben natürlich da auch die, die Attacken von, von Jimmy Uso gegen Roman Reigns gehabt, ne, der hat ja dann die Superkicks an, an Roman Reigns verteilt und, ja, da war er dann auf einmal wieder, ne, da haben wir dann fast den Bruch in der Bloodline gehabt und dieses Hin und Her, was wir dann im späteren Verlauf gehabt haben, das ist, glaube ich, auch das, was der Bloodline so ein bisschen geschadet hat, weil nie so richtig, also für mich ist die so 100% rausgekommen, weshalb Jimmy jetzt plötzlich wieder zurück bei der Bloodline ist. Das ist halt die Sache, weil an sich war ja der Turn cool, ne, also, also, das war ja auch das Highlight des Matches, ganz klar, weil das Match war halt einfach das Match, ne, letztendlich hat's ja davon gelebt, wie dann auch viele Bloodline-Matche so ein bisschen in den letzten Jahren, auch das, was du grad so bei Summerslam angedeutet hast, es lebt dann von diesem einkrassen Moment, aber dafür hast du dann 35 Minuten ein mittlerweile klassisches Roman Reigns Match gesehen, weil ich weiß noch, der Turn der Usos, das war heftig, das war gut gemacht, aber das Match bis dahin war so, ja, natürlich war dann dieses, ah, Roman hat mal verloren wieder, ne, oder hat, generell Roman hat verloren seit x Jahren, so, die, die wirkliche Niederlage, Niederlage kam dann ja auch nochmal, nichtsdestotrotz, es ging eher um den Usos Turn, was dann mal wieder ein bisschen Feuer, muss man auch ganz klar sagen, in die Bloodline-Styleline gebracht hat, weil, so bis dahin war es dann auch mal, hat so ein bisschen wieder abgenommen, ja, nur das Match war ein klassisches Match und nicht mehr. Ja, aber das hört sich jetzt auch ein bisschen hart an, das war schon ein gutes Match. Ja, aber es hat halt trotzdem Längen, ne, also, ja, das geht ja wahrscheinlich auch wieder fünf Stunden. Ja, aber das hat das Problem, 26 Minuten hat es gedauert. Ja, das ist das Problem, dass dann, natürlich mögen wir auch das Acting eines Roman Reigns und das haben wir auch gelobt, nur wenn es dann wieder dieses Klassische ist, ja gut, er läuft dann rum, wird er irgendwas sagen und dann ist wieder alles sehr langsam und du hast es dann bei Mania und du wirst es dann beim Summerslam wieder haben und du weißt dann, es ist wie Wargames, ich muss das 20 Minuten gucken und erst anpassen. Wird was. A, Wargames, das stimmt einfach nicht, was du immer behauptest, das ist ein sehr gutes, das ist vielleicht, Herr Lein Maul, das ist gar nicht wahr. Doch, und ich, ich glaube, wir, wir blicken auf Roman Reigns Matches momentan auch mit einer etwas negativ verklärten Stimmung so, so zurück dann. Ich glaube, es hat sich einfach ein bisschen überlebt mit dieser Storyline und mit ihm als Champion, der immer diese großen, langen Matches bekommt. Man sehnt sich wirklich danach, dass er mal den Titel verliert und wenn man jetzt so zurückgeht, das war noch und das war noch, dann hängt man sich auch so ein bisschen dran auf, ja, dann war das wieder lang und so methodisch und so was, aber das ist halt der Charakter. Das ist ja auch irgendwo gut, wie er es rüberbringt. Ja, also deswegen, also ich finde ja auch die Momente, die kreiert werden, geil, ne? Deswegen, also ich mochte ja auch den Usos-Turn. Also, und das war ja auch ein großer Moment, wo dann auch überlegt wird, okay, turnt jetzt nur Jimmy, turnt Jay mit, das war auch stark, nur, du hast dann was ähnliches, wenn wir gleich wieder zum Summerslam kommen, ne? Dass du dann sagst, okay, was passiert jetzt? Wie verteidigt Roman dieses Mal? Es ist spannend und dann greift dann eben Jimmy ein, was keinen Sinn gemacht hat immer noch irgendwie und dann hat Roman verteidigt und du hast dir gedacht, ja, jetzt war auch der Moment gar nicht so krass, weil check ich nicht und das Match war zäh. Lass uns mal so stehen, wir werden gleich noch, ganz hier noch ein paar Mal über die ganze Bloodline-Story sprechen und darüber sprechen, ob was gut gewesen, was schlecht gewesen ist. Genau, was wir auch noch hatten bei Night of Champions. Wir sind ja jetzt auch ein bisschen hin und her gesprungen, denn wir waren ja gerade eigentlich bei dem Match noch KO und Sami Zayn, ne? Und dann waren wir auf einmal bei Usos gegen Bloodline und dann beim Summerslam Jey Uso, also. Weil das Match halt den Turn hatte. Ja, ja. Aber wir kommen zu einer anderen Fede, wir kommen zu der, wir haben es ja gesagt, zu der einzigen großen Frauenfede in diesem Jahr. Wir hatten hier dann eben Trish gegen Becky, ein Match, was wir dann auch noch später im Steel Catch sehen werden. Genau, Trish gegen Becky geturnt natürlich auf dem Weg dahin. Ja, genau. Trish war die Böse, dieses, oh, hier, ihr respektiert mich alle nicht. Nicht so kreativ, trotzdem hat es irgendwie Spaß gemacht und auch Trish war dabei dann auch besser als gedacht, muss ich ganz klar sagen. Ja. Also, das ist ja jetzt so wohlwollend, gerade von dir, ne? Was hast du über diese Fede gemotzt? Und zwar auch mit Recht, also, ja, Trish hat den Charakter gut verkauft und sowas, aber die hat sich ja gefühlt über Jahre hingezogen, die Fede. Die Matches waren eigentlich immer kacke, wenn nicht gerade Becky gegen Zoe Stark dann angetreten ist. und dann zum Schluss haben sie das mit dem Steel Cage Match gerettet. Also, das war wirklich sehr gut, aber, also, so wie du über diese Fede abgezogen hast, damit lasse ich dich jetzt nicht davon kommen, wenn du hier, das ist dieses klassische Ding, wenn man so aus dem Pay-Per-View rausgeht und das letzte Match war kacke, dann sagt man, Event konnte nix, aber das letzte Match war gut, dann sagt man, ach, ich hab Bock gemacht, der ganze Pay-Per-View war stark. Und hier ist auch, das letzte Match, der Fede im Steel Cage Match, das war dann echt vernünftig, ja, so schlecht war die Fede nicht, aber du hast, ja, ich erinnere mich sogar, wie wir beide uns zusammen in Podcasts exquisit ausgelassen haben. und auch mit Recht, da stehe ich zu, nur ich hol dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen, mein junger Padermann. Letzte Match war gut von zehn. Fede war stark. Was wir noch gehabt haben, was ich hier vielleicht nochmal rauskramülen möchte, ist, wir haben einen Titelwechsel bei den Damen gehabt, WWE Raw Women's Championship, ist gewechselt von Bianca Belair, die den Titel gefühlt Ewigkeiten gehalten hat, also über ein Jahr, an Asuka, und Asuka ist ja kurz vorher zurückgekehrt, hat ihr ja hier den Nebel ins Gesicht gespuckt, das hat sie ja auch wieder verwendet, um sich hier den Titel zu holen, und ich weiß, was die damals gemacht haben, gesagt haben, ah, finde ich eigentlich ganz spannend, und von ihm waren wir auch ganz froh, dass Bianca die Titel los ist, weil der Charakter so ein bisschen eindimensional ist, und haben aber auch gesagt, Mensch, hoffentlich macht man jetzt mit der Asuka was, vielleicht irgendwie eine Charakterwendung, dass sie richtig interessant wird, mal was anderes, ne, und, ja, die hat ein anderes Make-up bekommen, ja, die Psycho-Clown haben wir so ein bisschen gehabt, aber auch nicht so richtig, nee, so richtig all in ist man damit halt nicht gegangen, ne, nee, war nix, muss man ganz klar sagen, also man hatte Hoffnung, und dann war's, ja, und es fehlte auch so ein bisschen an Crowd-Reactions, fand ich, auf dieses Psycho-Clown-Zeug, das hätte auch besser laufen können, das Ami-Publikum ist ja eh schon manchmal ein bisschen schwierig, ja, im Part damit, dass Asuka keine Promos hat. Ja, das ja auch, natürlich, auch, es spielt irgendwie so alles rein, dass es nicht so richtig funktioniert hat, und dann auch, wirkt es ja sehr oft, gerade bei den Damen dann immer so, dass WWE da im Hintergrund dann ganz schnell sagt, ja, okay, dann lassen wir's halt, dann düppelt's vor sich hin. Jo, 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 Aber Kai, wir hatten auch noch ein NXT-Event dazwischen, also danach, NXT-Battleground, und da war auch einiges geboten, und das nicht nur, weil Carmelo Hayes nochmal auf Brawnbreaker getroffen ist. Yes! Da haben wir eins meiner underrated Lieblingsmatches dieses Jahr. Oh, ich weiß es. Und zwar hatten wir Ilja gegen Dijek in einem sehr, sehr, sehr guten Last Man Standing Match. Ja. Das sollte man sich nochmal ansehen, wenn man's nicht geschaut hat, weil gut, geht da so ein bisschen unter, NXT-Battleground, klingt jetzt auch nicht wie die geilste Show des Jahres, aber das Match, wirklich extreme Härte, die haben sich da ordentlich die Bombe um die Ohren gekloppt, Ilja einen wichtigen Sieg eingefahren, also es war echt stark, und wir haben wieder eine neue NXT Women's Championess, weil ja der Welt vakantiert wurde, der recht kürzere Run von Tiffany Stratten hat begonnen. Genau, ein bisschen geht da, aber es ist auch nicht ewig lang, das stimmt, weil was ... Das waren noch nicht mal zwei Monate, oder? Ich sag ja ein bisschen. Also ich finde, ein sehr kurzer Run, das hat unter anderem dann, ich finde ja, einen Trick Williams zum Beispiel gehabt. Der war noch nicht mal der Woche Champion. Also das war ein sehr, sehr kurzer Run. Genau. Du meinst, das war Trick 17 mit Selbstüberlistung? Wow. Bist du schon so alt, dass man den Gag noch macht? Ja, natürlich. Also bitte, Olf. Was denn? Gefühlt bin ich 60. Ach so. Du meinst körperlich oder geistig? Ja, beides, ey. Okay. Aber ich schließe mich auf jeden Fall Kai an, also Eja Dragunov gegen Dijek, Sleeper Hit sozusagen, also sollte man sich auf jeden Fall anschauen. So, war dann so ein bisschen Aufbau natürlich in Richtung Money in the Bank, was ja dann Anfang Juli stattgefunden hat. Und da gab es natürlich dann erstmal die Qualifikationsmatches. Und wir haben natürlich auch einen Seth Rollins, der dann als Champion hier einen neuen Contender benötigt quasi. Und da dann eben, ja, in Finn Balor auch den entsprechenden Gegner findet. Vor allem aber, lieber Chris, da sind wir schon wieder bei der Bloodline angelangt, tut mir leid. Wir haben jetzt Civil War. Und ich finde, das war nochmal ein Höhepunkt hier in der ganzen Geschichte, oder? Die Usos gegen dann eben Roman Reigns und Solis Ikor, das war nochmal so ein Pitch nach oben innerhalb der Geschichte. Das war extrem fett, ja. Also, allein auch die Bezeichnung dann Bloodline, Civil War, da sind wir dann wieder auch beim MCU, ne? Das passt halt wirklich. Und ich war wirklich heiß auf das Match. Und die Usos sind im Ring natürlich stark, dann die ganze Geschichte da. Auch wie wird sich ein Solis Ikor, Verhalten. Da war so viel hinter einfach. Es hat Bock gemacht. Ich hatte auch alleine durch dieses Match, hatte ich Bock auf den Pay-Per-View. Obwohl der Pay-Per-View auch so Sachen geboten hat, ne? So ist es nicht. Allein schon, weil er in London war. Ja, ja. Und Money in the Bank sind eh meistens gute Pay-Per-Views, ne? Also, aber diese Ankündigung, auch dieses Bild, was sie überall dann hatten, ne? Zu diesem Match, das war schon, die Grafik, das war richtig, richtig stark. Da hatte ich Böckchen drauf, oder? Auch wenn ich nachher noch über die Usos, ja, meckern muss. Ich glaub, da war ich im Urlaub und ihr habt die Review übernommen, oder? Kann das sein? Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaub, ich war da gar nicht da, oder haben wir die recht spät gemacht? War das Chris und Markus? Nee, glaub ich nicht. Muss ich gleich nochmal gucken, wer die Review gemacht hat. Mit Markus hab ich irgendeinen WrestleMania-Tag gemacht, zusammen mit dir? Weil das Wochenende war ich auf jeden Fall nicht da, das weiß ich. Ich muss das nicht. Wenn die geklicker hört, dann bin ich das der, der hier nachschaut, wer die Review gemacht hat. Ja. Was man aber noch erwähnen kann, während Olaf sucht, dass ja auch Roman sein neuen Belt bekommen hat. Ja. Um so, eigentlich um das Problem zu lösen, dass er immer zwei Bails rumtragen muss und Leute sagen, er kann ja nur ein Belt verlieren. Dann hatte er einen, der beide vereint, hat er gesagt, können wir am Arsch lecken, ich trage einfach drei. Ja. Sehr, sehr schön. Denn schon, denn schon. Aber Kai, ich hab's gerade noch immer nicht gefunden, ich muss jetzt gleich nochmal... Ja, man, mach dir doch keinen Kopf. Egal. Unsere Hörer wissen das, meldet euch, wer hat die Review zu Money in the Bank gemacht? Nee, aber was ich noch ansprechen wollte, weil ja Kai, der Sohn vieler Väter ist. Ähm. Lieber Kai, ich weiß, dass wir so ab WrestleMania angefangen haben, über jemanden wie ein LA Knight zu sprechen. Yes. Und was haben wir... Was soll ich sagen? Yeah. Was haben wir im Vorfeld gemutmaßt, ob LA Knight hier das Ding gewinnen könnte? Also, im Endeffekt, zu der Zeit, jetzt begann auch langsam der Aufstieg von LA Knight, auch wenn noch nicht der absolute Durchbruch da gewesen ist. Ja. Und ich bleib auch weiterhin dabei, ist es mir egal. Ja, auch, ja, hast du dich für Bad Bunny hingelegt? Hier hast du deinen Knochen? Ich bleib weiterhin dabei, dass Damon Priest einfach ein Kack-Sieger ist. Und, ja, natürlich ist er jetzt Senior Mr. Money in the Bank und kann das Ding auch rumtragen. Ey, ganz ehrlich, gewinnt der den, den Welt? Der ist einfach auch langweilig. So, und der wird auch kein guter Champion sein, ne? Also auch hier schon mal kein Champion sein, in Richtung Jahresrückblick. so, ne? Und so, sollte er den Cash dann auch failen, ist das auch scheiße. So, auch immer dieses, so, ja, wir haben den Koffer und letztendlich, so, was haben wir in den letzten vier Jahren gehabt? Schlechte Cash-Sits und gefällte Cash-Sits. Alles Gute auch nochmal von mir, weißt du? Austin Thedoux, der gegen US-Champ einen Cash hat, trotzdem verkackt. jetzt, ach, also, L.A. Knight hätte den Koffer gewählt. Jetzt mal jemanden gefragt, dessen Meinung ich dann ernst nehmen kann. Olaf, wie siehst du das denn jetzt im Nachhinein mit dem Sieg von Damien Priest? Schwierig. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wo man mit ihm hin will, ehrlich gesagt. Und ich, seit Jahr und Tag sage ich halt eben, ja, man nutzt ihn jetzt, um Damien Priest aufzubauen. Und ihm hat der Koffer auch geholfen. Aber tatsächlich sehe ich ihn auch noch nicht in der Position, dass er den Eincashen und Champion wird. Und das ist halt eben das Problem. Ich, ich glaube auch nicht, dass er den Eincashen und Champion werden wird. Es, es gibt ja einige Mutmaßnahmen, tatsächlich, dass ein Finn Balor ihm irgendwie ... Im Koffer ist kein Vertrag. Ja, ich meine nicht mal das, aber dass es da andere Möglichkeiten gibt, dass da ein Finn Balor ihn hintergehen wird. Das habe ich ja auch schon ein paar Mal gemutmaßt, dass Damien Priest aus der Gruppe rausfliegt und jemand anders dafür reinkommt. Ich habe ja auch schon mal Joe McIntyre dafür in die Position gebracht. Ich wurde nur verlacht. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube halt nicht, dass Damien Priest in dieser Rolle als Judgment Day möchte gern anführe, dass er da Eincashen und das Ding gewinnt. Sondern das würde nicht zu der Geschichte passen, die man bis jetzt hierhin erzählt. Ja, ich muss auch sagen, also ich fand lange Zeit, der Koffer, der war zu sehr Beiwerk, auch wenn er andauernd eingesetzt wurde und es dann oft nach hinten losging. Jetzt finde ich es gerade ganz interessant, wo auch ein Drü dazu gekommen ist. Drü McIntyre. der Drü McIntyre. Am Ende klaut R-Truth den Koffer und casht ein. Ey, das wäre das Witzigste überhaupt. Würde ich nehmen. Ich glaube, da kommt jetzt mal so ein bisschen Zunder rein. Also Finn Balor, Damien Priest sich nicht so grün hintergehen, die sich. Drew McIntyre ist so gallig auf den Titel. Spricht er da noch ein Wörtchen mit und verarscht alle? Und ich glaube tatsächlich, ein Damien Priest könnte dann funktionieren, wenn er sich daran, dass er so gescrewt wird, hochzieht. Gucken wir mal. Also ich finde, der hat halt was, aber ich habe noch nicht genau das gefunden. Oder ich glaube, er hat noch nicht die Rolle vielleicht auch gefunden, mit der eben dann so klickt einfach. Genau, und ich habe das Gefühl, das ist so die Rolle, mit der er einen kriegen kann, dass er dann der gescrewte ist und sich da wie so ein John Wick durcharbeitet und alles killt, was ihm irgendwie Du hast meinen Kond getötet. Ja, du hast meinen Koffer geklaut. Du hast mir ins Bettchen geschissen. Was auch immer. Aber also ich bin gespannt und hoffe, dass sie es cool machen tatsächlich. Denn dann hat sich das gelohnt. Und ansonsten müsste ich dann Kai recht geben und jeder weiß, wie sehr ich das hasse, Kai recht geben zu müssen, dass es ziemlich ja shit war, Damien Priest den Koffer zu geben. Ansonsten, um jetzt zurück zu Money in the Bank zu kommen, wir hatten ein gutes Money in the Bank Match der Männer, wir hatten auch ein solides Match der Frauen mit Io Sky, die das Ding ja gewinnen konnte und später auch schon erfolgreich eingecasht hat, um mal hier den Bogen wieder zurück zum eigentlichen Geschehen zu schlagen. Also Money in the Bank war auch wieder eine gute Show. Übrigens, ich habe gerade... Wusstet ihr? Ja. Ja? Nee, dann sag mir, wer hat denn die Review gemacht? Markus und Chris. Ach, guck mal. Okay, habe ich doch mit Markus alleine eine Review. Wusste ich nichts mehr von. Ich erinnere mich, ich erinnere mich, dass ich damals, meine ich schon im Vorfeld, weil ich halt Urlaub gewesen bin, habe ich halt die ganzen Bilder zu 90 Prozent schon vorbereitet gehabt und alles schon vorgebaut quasi, dass Markus nur noch den Podcast hochladen musste. Ja, irgendwie so war das. Übrigens, könnt ihr... Ich habe ja podcastmäßig gar nicht so viel mit Markus immer zu tun, weil er auch viel so Analysezeugen so mit dir macht und viel AEW. Aber wenn man mit ihm spricht, ist immer schön, wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Kai, du wolltest was sagen. Ich wusste gar nicht mehr, dass Liv Morgan und Raquel Tech Champs zusammen waren. Also auch, dass der Welt geht auch komplett unter. Ich fand es natürlich in der Civil War, hatten wir angesprochen, war super, super stark. Also auch da, dass Roman gepinnt wurde, es war ein riesiger Moment. und auch ein ganz, ganz, ganz klares Hoch in der Bloodline-Storyline. Auch das letzte riesige Hoch in der Bloodline-Storyline, wenn man da ehrlich ist. Und, was ja auch witzig war, nicht zu vergessen, John Cena kommt raus, ist im Ring mit Grayson Waller, der sich da easy etabliert hat, steht mit einem Edge im Ring, steht mit einem John Cena im Ring, absolut kein Problem. Sagt hier, wir können auch mal Mania nach London holen. Und da ging ja auch das Spekulieren los, kriegen wir mal ein Premium Live-Event in Deutschland. Und, ich stehe auch komplett zu meiner Meinung, dass ich gesagt habe, auf gar keinen Fall kriegen wir eins. Also, vielleicht mal so in vier Jahren oder sowas. Das muss man ja kaufen, wer soll denn das kaufen? Das sind alle verschuldet. Und Berlin so, ist mir scheißegal. Hier, ich hol's her. Ich hol's. Ich rüber zu Vince. Nee, und ja, also es gab ja dann wirklich auch viel auch bei uns dann in Fragen, Podcasts, dieses, ja, können wir uns vorstellen, dass es hier ein Premium Live-Event gibt? Und, ne, wie gesagt, ach nee, also jetzt nicht so schnell. Und, um ein bisschen vorzugreifen, Ende, Mitte, Ende des Jahres hieß es dann, ach übrigens, nächstes Jahr haben wir ein Premium Live-Event. Wobei wir da nicht genau wissen, ob Berlin bezahlt hat oder ob WWE da quasi in Vorkasse geht in der Hoffnung, dass man da noch später was holt, ne? Das stimmt natürlich. Ich glaube, fast Letzteres. Also ich glaube auch, dass man hier in den Markt investiert hat, um das attraktiv zu gestalten, um auch schlecht zu sagen, ja, übrigens hier, ne, und, und, bitte was? Oder es, es war schon lang unter Dach und Fach und Franziska Giffey hat das ja geholt. Was? Wer das geholt? Franziska Giffey. Wer ist das? Erkennst du nicht mal deutsche Politiker, Mann? Hör dir mal an, wie sie spricht, das ist sehr witzig. Wenn die nicht bei Schalke spielen, kenn ich sie nicht. Worüber wir noch unbedingt sprechen müssen, ich weiß es nämlich nicht mehr, war das das Match auch, wo Gunther den Fuß von Matt Riddle gechoppt hat? Ich meine ja. Denn das war das witzigste überhaupt. Es war da. Es war da, auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das war dann der Civil War, das war Money in the Bank. Wir haben Damien Priest als noch nicht Senior Money in the Bank, der sollte ein bisschen später kommen, nachdem er einen neuen Koffer bekommen hat, aber den hatten wir als Kofferträger und dann eben Io Sky Damage Control hat die auf jeden Fall dann eben den Money in the Bank Koffer. Und ein Trend, den wir dann auch in dieser Zeit sehen, ist die Tatsache, dass immer häufiger auch Main Roster-Stars wieder bei NXT aufschlagen. Und Dominik Mysterio holt sich jetzt hier Mitte Juli einfach mal die North American Championship von Wesley. Und Kai, da muss man sagen, das hat auch wirklich nicht nur dem Produkt NXT gut getan, es hat auch letztlich der Kasse von WWE gut getan, weil man dadurch die Quoten von NXT ganz schön nach oben gezogen hat insgesamt. Ja, also das hat ja auch für dieses coole Bild gesorgt, dass man der Judgment Day da steht, auf kurz oder lang, mit zwei Tag Team Belts, mit dem North American Championship, mit Damien Priest als Kofferträger, mit Rhea als Champion. Also das war ja dann irgendwann diese Zeit danach, wo du auf einmal hattest, Mann, Judgment Day ist on top, wie die Gallus Boys. Yeah. Also fand ich gut, also wie gesagt, auch muss man ganz klar sagen, ist nicht sein Rookie, ist jetzt ja schon auch so ein bisschen dabei, aber Dominik Mysterio, also wie der sich in das Roster etabliert hat. Das muss man nochmal sagen, ja. Wenn du mir das gesagt hättest, bei seinem ersten Match noch mit Raids zusammen, noch in Corona-Zeiten, hätte ich dich ausgelacht. Ich habe jetzt eine Statistik gesehen, der hat mit die meisten Matches in diesem Jahr geresselt, egal wo er ist, der zieht Reaktionen, die Leute hassen ihn, die Leute lieben es, ihn zu hassen. So dieses Couple von Rhea und Dom oder Dirty Dom, also überragend. Also auch das Jahr wirklich top für Dominik Mysterio. Der ist eine unfassbare Bereicherung für das ganze Roster. Ja. Also mit einer, der die meisten Reaktionen zieht, die meisten negativen Reaktionen zieht. Alles, was du gesagt hast, ist vollkommen richtig. Und den auch Rhea absolut braucht für ihre Persönlichkeit, für den Charakter, den sie verkörpert. Also die beiden harmonieren so gut. Also da können sich wirklich auch fast schon Eddie und China in der Scheibe von abschneiden. Also ich sage mal, Rollins und Becky haben schlechtere Chemie. Ja. Und die sind verheiratet. Was ist denn mit John Cena und die eine Bella, mit der er zusammen gewesen ist? Ey, das war einfach der romantischste Heiratskampf. Boah, das war so furchtbar. Ich war live dabei. Das tut mir leid. Entschuldige. Ja, ansonsten, wir haben noch, wenn wir jetzt so ein bisschen weitergehen, also das finde ich auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man gerade hier diesen Spagat zwischen Main Roster und NXT stärker gemacht hat und da auch wirklich NXT immer wieder stärker beworben hat dadurch. Und dann so peu a peu die Ratings gesteigert hat. Und auch das Produkt NXT hat sich ja im Verlauf des Jahres stark verbessert. Das muss ich auch nochmal gerade ganz kurz sagen. Weil wir am Anfang haben gesagt, ja, okay, NXT, gerade aus dieser bunten Pandemie-Phase, NXT 2.0. Oh Gott. Und dann gab es irgendwann wieder die Veränderung, dann Shawn Michaels als Chef dahinter. Und dann hat man gemerkt, ach guck mal, da verändert sich was und da tut sich was. Und ich finde jetzt inzwischen ist das wieder ein sehr gutes Produkt geworden, was man da abliefert. Nicht durch die Bank, weil viele Leute noch ein bisschen grün sind, aber es ist trotzdem gerade im Vergleich zu NXT 2.0 ein sehr rundes Produkt wieder. Also NXT 2.0 war halt auch furchtbar. Jetzt das neue NXT ist okay, ja. Mal ist es eher so 2.0-ig, mal ist es aber auch echt stark. Mal ist es auch black and goldig. Und dadurch gleicht sich das wieder so aus. Es ist noch ein bisschen auf dem Weg, sich zu finden, aber es ist viel, viel besser. Ich gucke es auch wieder. Also, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht jede Wochenshow so, ja. Aber ich gucke es regelmäßig dann doch. Habe meistens Spaß dran. Sehr gute Matches. Aber die, ja, die Black and Gold Ära, ne. Also, wenn du das vergleichst, da fehlt halt noch sehr, sehr viel. Ja. Also klar, also, Black and Gold ist es natürlich nicht, ne. Aber gerade, wenn ich jetzt auch so zurückschaue, wie sich meine Stimmung gewandelt hat, von NXT Reviews zu machen. Ja. So, oh Kai, du bist so eine dumme Sau, warum hast du dich gemeldet? Ach ja, weil es kein anderer macht, ne. Hinzu, oh ja, NXT, ja, kann man gucken. Bis hin zu, wenn ihr, also, Stand jetzt, haben wir ja auch an diesem Wochenende das letzte Event des Jahres bei NXT, wo ich mir denke, egal, ja, ich hab Bock. So, das kann ich schön weggucken. Ne, es ist natürlich, wie Chris auch sagt, hat auch immer noch seine 2.0-Anleihen manchmal. Und es gibt auch noch Leute, die sind auch echt schwach unterwegs. aber es ist viel, 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 viel besser geworden. Es ist, ne, also, es wird auch nie wieder Black & Gold sein, weil Black & Gold, Black & Gold war best als Main Roster, sind wir mal ehrlich. Black & Gold, besser als AW. Ah, sorry. So wie so. Adam Cole, honest with error, let's fucking go. Wollt ihr allein sein? Ey, weißt du was, Kai, lass uns doch, lass uns doch echt mal irgendwie für den Supporter-Bereich die Black & Gold-Era aufarbeiten. Das ist voll viel Arbeit. Das fällt mir jetzt grad auch ein, wo ich's gesagt hab. Sag nicht so gute Sachen, da müssen wir arbeiten. Chris hat auch schon mal gesagt, er wollte noch mal die Attitude-Error aufbereiten oder sowas. Ja, ja, aber gut, da muss man so schon ein spezielles Format für machen. Ich denk mir was ab, Spongebobel zieht nicht immer. Ja, ne, aber also, trotzdem muss ich ganz klar sagen, auch hier, wenn wir jetzt in Richtung Great American Bash gucken, also, ich hab ihn ja, ne, um da den perfekten Crossover zu schaffen, zwischen dem neueren NXT und Black & Gold. Mann, was hab ich Tony D'Angelo gehasst für sein Match gegen Tommaso Ciampa, ne? Oh Gott. Also wirklich, dieser untalentierte Nichtsnutz, ne? Und hier das Match, wo er sich dann, oder wo sich dann die D'Angelo-Family die Tech-Belts holt, das war geil. Und die haben auch richtig Reaction gezogen. Und auch bei mir haben die Reaction gezogen. Und dann auch später, wenn wir noch so ein bisschen Ausblick machen, diese Segmente, wo die sich dann in diesem Café treffen, auch bei diesem Fatal 4-Way Tech-Match, also beim nächsten NXT-Event dann. Das war auch stark. Ach übrigens, Gabriel Steveson hatte ein Match. Ja, hab ich auch komplett vergessen. War auch nicht besonders gut. Juckt auch keinen. Nee, war auch, Alter, war einfach ein Drogging Baron Corbin, so, ne? Also Double Countout. Komplett langweilig. Jemand wie Baron Corbin, der ja auch schon relativ etabliert gewesen ist, so relativ gestrichen, der war ja etabliert im Main-Roster, den man jetzt auch quasi hier runtergeschickt hat, um dann da Matches zu bestreiten, um da, ja, eine Nummer zu sein, sozusagen. Warum nicht? Ja, Chris, liebt der den Lone Wolf? Ja, absolut. Nee, aber ganz ehrlich, das geht gerade klar so, das passt schon, ne? Ich mein, Ilya und, und Carmelo Hayes sind sowieso klasse bei NXT. Fantastisch. Fantastisch. Super. Aber ich, ich möchte mal noch zwei Damen hervorheben, die ich richtig gut finde bei NXT. Sowieso Tiffany Stratton, die sich schwer gemacht hat. Und ich find auch Blair Davenport echt gut, muss ich sagen. Die mag ich irgendwie gar nicht. Also irgendwie gibt die mir jetzt keine Ahnung. Ich mag die auch ganz gern. Das ist schon okay. Aber ich finde, hier sieht man halt die Entwicklung, die NXT auch macht, auch in der Wahrnehmung innerhalb des gesamten Produkts, zwei ist. Das ist nicht mehr so, das ist halt so eine Nachwuchsbrand, sondern da ist schon jetzt plötzlich der Wert, den diese Marke eben auch hat, der wird jetzt auch wieder anders wahrgenommen. Vor allem auch, wenn man sich dann anschaut, man verdient ja dann jetzt im Nachgang da auch richtig Geld damit und nutzt das ja dann eben auch, um gegen AEW ein bisschen zu schießen. Das ist ja auch wiederum ein wichtiger Faktor. So, wir steuern aber nichtsdestotrotz auf den SummerSlam zu. Dürfen wir nicht vergessen. Wir sind hier noch beim Jahresrückblick. Der auch nicht so gut ist wie NXT Black & Gold. Ja, der SummerSlam in diesem Jahr, der war gemischt, würde ich mal sagen, natürlich angeführt von dem Match zwischen Roman Reigns und Jey Uso und auch dem großen Rubber-Match zwischen Cody und Brock Lesnar und dazwischen noch einige mehr. Logan Paul, Ricochet war cool mit diesem gefährlichen Tablespot. Das stimmt. Das stimmt. War das da? Ja. Oh, okay. Was hatten wir noch? Wir hatten ein Match zwischen Bianca, Belair, Asuka und Charlotte. Da haben wir gesagt, das war eigentlich ein gutes Triple Threat-Match. Hat ein bisschen hier und da die Chemie gefehlt. Aber natürlich dann im Nachgang der Cash-In von Io Sky und der Titelwechsel. Gegen eigentlich die neue Championess Bianca. Richtig, stimmt. Der Titel ist ja gewechselt. Ja, das war's doch. Richtig. Ich war schon am Kotzen und dann kam Io Sky zum Glück und hat eingecasht. Ich weiß nicht, dass ich da gekotzt habe, weil Bianca am Bein verletzt gewesen ist und trotzdem noch ihre ganzen Handsprings und ich weiß nicht. Boah, das stimmt. Ich erinnere mich noch dran. Es gibt ja immer so ein, zwei Momente im Jahr, wo sich so der ganz neutrale Wolf auch mal aufregt. Das war einer dieser Momente. Das macht gar keinen Sinn. Das Bein mit ganzem halt bearbeitet. Dann verkauft die das gar nicht. Das gegen die Wrestling-Psychologie. Ja, hat er ja auch recht. Das muss ja schon sein. Da muss man sich trinken. Das klingt wie ein alter Mann aus einer Comicserie. Ja, so hörst du dich ja auch an. Als wir jetzt letztens zusammen da bei WWE waren in der Lanxess Arena Alter, jetzt hör ich mir eigentlich wieder damit an. Und halt irgendwie das Bein bearbeitet wurde und der Mist das verkauft hat und dann hör ich neben mir nur den alten Wolf so Das verkauft er gut. So was mag ich. Genau, das hab ich gesagt. So was mag ich. Und in dem Augenblick als es aus meinem Mund rauskam hab ich schon gemerkt, bemerkt, wo ich das angehört habe. Ja, und dann bis den Rest des Abends damit aufgezogen wurde. Ja, den Rest des Jahres. Den Rest des Lebens. Ich glaub, wir sind uns einig, dass das beste Match des Summer Slams war Gunther gegen Drew McIntyre. Ja, sicher. L.A. Knight hat noch die Goldene Ananas gewonnen übrigens. Hier die Wurst Battle Royale, ne? Ja. Und sind wir uns auch einig, dass das beschissenste Match Shayna Baszler gegen Ronda Rousey war? Ja. Also, das ist meine Kackwurst des WWE-Jahres. Ich bleib dabei, die Idee prinzipiell ist nicht schlecht. Ah, fuck auf, dass er noch nie funktioniert. Aber es passt halt nicht ins Produkt. Ja, deshalb ist es halt Wrestling. Es ist fucking Wrestling. Diese ganze Kacke hat noch nie funktioniert. Wir machen jetzt ein MML-Match. Ähm, nee, jetzt machen wir ein Box-Match. Das ist immer scheiße. Nein, Schulz-Style-Wrestling kann auch funktionieren, aber halt nicht auf so einer Bühne und nicht vor so einem Publikum. Das, genau. Wo du so dumm kippst, ist es dann wie der Chris. Genau. Aber stimmt, das Publikum war richtig scheiße beim Summer Slam. Ja, das war echt so geil. Hab ich schon komplett vergessen. Ja. Ja, ja, ja. Aber ... Kommen wir natürlich zum Elefanten im Raum. Roman gegen Jay. Und auch da wieder, muss man ganz klar sagen, an sich, von der Storyline, erst mal prinzipiell ein cooler Moment. Aber, kommt dann, durch diesen Eingriff von Jimmy, wo man sich erst, also wo man sich dachte, okay, krass, Jimmy greift jetzt ein und eigentlich hätte ja Jay gewonnen. Man dann einen Schritt zurückgegangen ist und man gesagt hat, ich denke mal drüber nach, auch mit dieser Erklärung, ich wollte nicht, dass du wirst wie Roman, wenn du hier gewinnst. Ja, genau. Das war schon alles Kacke für ein aufgebautes Match, was 36 Minuten geht. Ja, es war viel zu lang. Das war das Problem. Wenn du das, wenn du die Geschichte in 20 Minuten erzählt hättest, dann wäre das okay gewesen. Aber 36 hat sich halt wie Ewigkeiten angefühlt einfach. Oder? Ja. Yes. Das kann auch ich nicht neutral analysieren. Das hat mir dann auch irgendwann keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe ja nichts gegen lange Matches, aber hier war es halt wirklich so, jetzt kommt er lieber zum Punkt. Und wie gesagt, die Sache mit Jimmy, die ist ja auch einfach blöd. Ja. Das ist eine der Sachen in der Bloodlines storyline, wo man sagt, irgendwie ist das jetzt auch nicht so geil. Das ist einfach nur für den Schock-Value gewesen. Ja. Und den Anschein hat es ja auch immer noch, weil, was ist jetzt mit Jimmy? Was will der? Hä? Ja. Ja, vor allem, als er dann so irgendwie so, ja, ich habe doch nie gesagt, dass ich raus bin. doch, hast du. Du hast sogar gegen ihn gekämpft und alles. Du warst doch eindeutig auf der Seite deines Bruders. Keine Ahnung. Das fühlt sich halt so ein bisschen so, als müsste man irgendwie Nachfolger rausbringen und sucht sich irgendeinen Grund raus und hofft, dass niemand es merkt. Jimmy ist so ein bisschen wie Kai, der dann erzählt, dass er die Trish- und Becky-Fede die ganze Zeit gut fand. Ich bin immer Fan, nichts dagegen. Ja, ja, ja. Na, komm, machen wir mal hier so ein bisschen, machen wir so ein bisschen weiter, weil so haben wir noch, ein paar Monate haben wir noch auf dem Plan. Ja, podcastmäßig anscheinend auch, ne? Ja, klar. Also, wow. Wir sind schon lange dabei, wo ich mir so die Laufzeit hier angucke. Ey, wir haben schon deutlich längere Jahresrückblicke gemacht, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass wir, ja, der letzte war, glaube ich, zwei Stunden 40. Wir hatten auch schon mal einen, der ging über vier Stunden. Also, der hier wird auch die drei Stunden knacken, wette ich. Ah, wir werden es gleich sehen. Dann erwähnen wir lieber erstmal, dass auch noch im August BW Brian Perman Jr. verpflichtet hat. Yes. Der jetzt Lexus King ist, der einfach klingt wie ein Tekken-Charakter übrigens. Und jetzt auch bei dem NXT-Event sein erstes Match bestreiten wird. Was man ja nochmal erwähnen muss. Bei NXT-Deadline, um es genau zu nennen. Dann am 18. August. Aber sein erstes Großveranstaltungs-Match für NXT. Sein erstes Match hat er ja doch schon, oder nicht? Das stimmt. Ja, das stimmt. Ja, also, ja, ich meine sein erstes, ne? PLE-Match. Genau. Yes. Ja. Wer hat auch noch im August am 18. Edge erstmal, wie Eufschild geschrieben hat, also sein Vorerst, weil Hell froze over, wir alle wissen, alles kann passieren. Sein letztes Match bei SmackDown gegen Sheamus, was auch ein echt gutes Match war, muss man ganz klar. Also, war wirklich ein starkes Match. Gerade auch für einfach so in der Weekly rauszufeuern. Das war fantastisch, das Match. Und ist dann ja bei AEW aufgetaucht. Korrekt. Werden wir dann im AEW-Jahresrückblick drüber sprechen. Das stimmt. Macht ihr mal. Genau. Ja, und natürlich, also, wir steuern jetzt hier dann auf Payback zu. Das war Anfang September. Dazwischen ist natürlich noch der Tod von Bray White. Falls jetzt jemand fragt, ihr habt da nicht drüber geredet. Doch, haben wir. Aber da sind wir schon relativ früh eingegangen. Und ja, Payback, natürlich auf dem Weg dahin, haben wir so einiges gehabt. Wir haben zum Beispiel einen neuen Contender für Seth Rollins gefunden, nämlich Shinsuke Nakamura, der das Geheimnis von Seth Rollins kennt. Den Rücken. Der Rücken. Der Seth hat Rücken. Eigentlich muss man davon, also, eigentlich gar kein Geheimnis. Ich glaube, wir haben alle Rücken, weil wir alle immer viel sitzen wie so Goblins. Das stimmt. Nakamura kann die gleiche Promotie halten. Stell dir mal vor, dann zeigt Nakamura auf einmal so Fotos wie Rollins einfach so vorgebeugt in so einem Drehstuhl sitzt und auf die Tastatur einhaut oder so. Rollins spielt einfach die ganze Zeit Fortnite, die ganze Zeit. Ja. Ja, das war auch nicht so, also, die Fede der beiden war durchwachsen, nenne ich es mal, aber das Match, was wir jetzt hier bei Payback gehabt haben, hatte ein ähnliches Problem wie Jey Uso gegen Roman Reigns. 26 Minuten hierfür einfach zu lang. Die beiden können es auch besser. Ja, aber wo du jetzt sagst, so durchwachsen, gebe ich dir an sich recht, das war jetzt keine super ausgeklügelte Fede, aber was sie geschafft hat, war Shinsuke Nakamura wieder interessant zu machen. Das stimmt. Also, er hat wieder eine richtige Ausrichtung. Es macht Spaß, ihn in den Shows zu sehen, nicht einfach nur, weil er ein Match hat und da ganz gut abliefert. Es gab ja auch diese Phase hier mit den Triple Threads, da mit Jumper und Bronson Reed und so und Ricochet war, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen da im Topf. Das waren ja alles gute Matches, aber hier hat er richtig Charakter, er bringt das cool rüber, es fällt auch nicht auf, dass er immer noch kein gutes Englisch spricht. Nee, weil man Japanisch sprechen lässt und ihn einfach so ein bisschen creepy darstellt. Ja, es wird kaschiert. Und du musst halt Dinge kaschieren, damit es funktioniert. Ja, Paul Heyman konnte das in der ECW auch. Da waren teilweise Leute bei, also, die konnten wahrscheinlich nicht mal eine Banane öffnen, aber Paul Heyman hat es hinbekommen, dass du die als ernsthafte Contender für was angesehen hast. Ein Sandman war immer scheiße, ja, aber das war ein Riesenstar da. Und Shinsuke Nakamura ist ein klasse Wrestler, aber er kann halt keine Promos da in Amerika. Und dann arbeite er halt drumherum. Das wird jetzt gemacht. Dieses Mysteriöse und Verrückte, was er da an sich hat, das macht Spaß, bringt er gut rüber. Charakter ist wieder hot, auch wenn er jetzt die Fede verloren hat gegen Rollins, macht Spaß mit ihm. Und deshalb kann ich da gar nicht böse sein auf diesen Aufbau. Auch das Video, dieses Video, was die dazu gemacht haben, was so Cartoon-esk war, also in diesem gezeichneten Stil, das war auch stark. Auch jetzt die Promos, die er auch gegen den Cody Rhodes hält, dann einfach vom Tron, die halt auf Japanisch sind, aber mit Untertiteln. Ich finde das gut. Natürlich wird er jetzt damit nicht irgendwie World Champion, aber das ist ein cooler Nakamura. Du musst ja auch nicht immer sofort World Champion werden. Lass den mit dieser Ausrichtung sich mal ein bisschen austoben und ein bisschen arbeiten. Der wird auch gegen Cody verlieren, machen wir uns nichts vor. Relativ werden, ja, klar. Aber wie wir es vorhin schon hatten, auch so ein Damien Priest, der musste vorher Scheiße fressen und hat dann was bekommen. Und Nakamura arbeitet jetzt damit. Mal sehen, wie es im halben Jahr aussieht, wenn das weiterhin so gut funktioniert. Vielleicht ist er dann wirklich ein ernstzunehmender World Title Contender auf einmal. Und wenn nicht, hätte er ein gutes Programm. Das Einzige, was mich ein bisschen nervt, ist, dass jeder Japaner bei WWE jetzt irgendwie den Nebel spucken muss. Das gefühlt. Aber weißt du was? Es ist besser, als in Nüsse treten. Besser Nebel spucken, als in Nüsse treten. Das stimmt. Wäre das gut? Er spuckt den Gegner so eine Walnuss an den Kopf oder so. Ich habe gerade so Bilder von Disney und A-Hörnchen und B-Hörnchen hier Chip und Chap früher noch im Kopf. Also jetzt wissen wir, wer alt ist, dass du die noch A-Hörnchen und B-Hörnchen nennst. So hießen die damals. So hießen die damals. Ja, damals vorm Krieg. Ja, ne, wirklich. Also ich kenne die als Kind, habe ich mal A-Hörnchen und B-Hörnchen geguckt. Das ist nicht Kroatien, das ist Jugoslawien. Wir hatten übrigens auch noch die Fäde, also natürlich das grandiose Ende der grandiosen Fäde. Becky Lynch gegen Trish Stratus natürlich im Steel Cage mit dem Turn von Zoe Stark. Sehr gutes Steel Cage Match. Ein sehr, sehr gutes Steel Cage Match. Oh Gott, die wird jetzt untergehen und dann hat sie doch auch ihren Spot gefunden, was ich wirklich cool finde. Weil die ist halt schon talentiert. Da ist auch noch viel Arbeit. Wollen wir es nicht schönreden? Trotzdem hat er so ein bisschen ihren Spot gefunden. Wir hatten LA Knight gegen The Miz. Was auch Spaß gemacht hat, hätte ich mir noch viel, viel mehr Promoduelle gewünscht. Also ich finde, da hat man viel auch liegen lassen in dem Programm. Darf ich da reingrenchen? Ja. Da muss man vielleicht auch noch mal erwähnen, dass ja John Cena hier noch mit involviert gewesen ist als Special Guest Referee. Und ich glaube, das hat auch in LA Knight noch mal zusätzlich geholfen und hat auch noch mal so gezeigt, dass man mit ihm auch durchaus was vorhat. Weil hier fing das ja quasi an. Hier gab es ja dann auch so ein bisschen, ne, ich halte mal deinen Arm hoch und so. Und die beiden waren ja dann für diesen Run von John Cena, der jetzt ja in den Folgewochen starten sollte, waren ja sozusagen als Verbündete unterwegs, dann auch im Verlauf gegen die Bloodline. Und ich finde schon, dass das LA Knight gut getan hat. Ja, absolut. Obwohl ich auch gerne gesehen hätte, LA Knight fädet gegen John Cena. Denn diese Animositäten gab es ja auch hier in diesem Match. Ja, das stimmt. Aber auch am Ende, ne, wo wir dann ... Da hat man das wahrscheinlich gedacht so, ah, jetzt reicht's jetzt, ne, weil John Cena ja so demonstrativ den Arm von ihm gehoben hat. Und der hat auch gesagt, na, will ich gar nicht und so. Ne, stimmt schon. Hätte ich auch ganz gerne gesehen. Vor allem auch die Promoduelle der beiden. Absolut. Was man auch erwähnen muss, es ist mal wieder nach Monaten der US-Belt auf der Card, der ja sehr bei SmackDown gehalten wurde. Wir hatten ja auch das Turnier, dann wurde auch Ray Champ und mit Santos Escobar und ich kann nicht kämpfen und aus dem Serie und hin und her. Ach, der US-Belt war dann auch in der Art und Weise bei SmackDown präsent in den Monaten. Bei den PLEs eher weniger. Aber ein wirkliches Standing hat der Belt nicht gewonnen in diesem Jahr, finde ich. Ne, also gerade wenn man ihn natürlich mit dem IC-Belt vergleicht, der ja einfach über allem thront. Ich würde ein bisschen widersprechen. Mir egal. Tatsächlich. Also ja, bis zu diesem Punkt hier. Aber Logan Paul mit dem US-Belt. Ja, das ist was. Ja, ja, da bin ich bei mir. Da hat er auf jeden Fall ein Prestige gewonnen, weil Logan Paul, ich kann ihn als Person nicht leiden, aber wir haben es ja schon mal gesagt, sehr guter Wrestler, was er da macht. Er kann das alles verkaufen. Und er weiß auch damit zu spielen, dass die Leute ihn scheiße finden. Ja, nur, also mir geht's halt darum, so, wir sind jetzt im September, Logan Paul gewinnt das Ding im November. Deswegen meine ich in dem Jahr jetzt nicht das beste Jahr für den US-Belt. Ja, ich möchte nur reingrätschen und sagen, wenn er jetzt diesen Belt hat, das ist was, ja, das wirft wieder ein Spotlight drauf. Und das ist immer noch in diesem Jahr, ja. Und wenn dann bei WrestleMania ein LA Knight ihm den Gürtel abnimmt, dann brennt aber doch die Hütte. Dann ist da aber Ramazan. Ja, ganz genau. Und dann ist der US-Belt auch wieder wer, ja. Dann tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Make the US-Belt great again. Ja. Ersteppt der Bär. Eieiei. Schön. Bestes Match auf der Kart, aber der Streetfight, oder? Mit dem Judgment Day und Sami Zayn und Kevin Owens. Das war ja auch wirklich ein wildes, wildes Ding. Ein fantastisches Match und ich habe es auch in meine Top 3 des Jahres aufgenommen. Auch schönes Overbooking, aber dieses angenehme Overbooking. Alter, wo die mit den Hockey-Trikots aufgetaucht sind auf einmal, ne? Das war so fantastisch. Ansonsten muss ich sagen, also Raw zu der Zeit, da hat man halt ein bisschen das Gefühl gehabt, dass man zu stark fast schon auf den Judgment Day gesetzt hat. Wir hatten immer wieder so durchrotierende Match-Konstellationen, gerade auch hier in Bezug auf Kevin Owens und Sami Zayn. Das hat mich dann auch schon so ein bisschen gestört. Und das ist auch was, was mich dann gerade in dieser Phase dann von Raw so ein bisschen irritiert hat. Und wo man gesagt hat, äh ... Finde ich eigentlich gar nicht, muss ich sagen. Also ich mag das eigentlich, dass sie den Judgment Day so gepusht haben und dass die so bestimmend sind bei Raw. Und dass auch jeder irgendwie mit denen aneckt, weil das halt so diese omnipräsenten Arschgeigen sind da im Roster. Das finde ich eigentlich cool. Ich finde das auch konsequent, aber ... Also von der Story-Sicht finde ich das konsequent. Von einer Zuschauersicht her finde ich es manchmal auch ein bisschen anstrengend. Von Zuschauersicht anstrengend finde ich eher, dass Raquel Rodriguez immer irgendwelche Matches bekommt, die länger als zwei Minuten gehen, denn sie ist so scheißlangweilig. So schlimm ist es auch nicht. Aber ich bin trotzdem ... Also ich bin aber auch bei Olaf. So der Judgment Day war dann auch zu einer Zeit so sehr überpräsent. Gerade so gegen, ja, in der zweiten Jahreshälfte, beziehungsweise so in den letzten drei, vier Monaten des Jahres da wirklich ... Ah, jetzt kämpft noch mal J.D. McDonough. Ah, jetzt kämpft noch mal irgendjemand, am besten Damien Priest gegen Cody Rhodes. Ah, jetzt kämpft noch mal Finn Balor und Damien Priest und J.D. McDonough. Und es greift Rhea und Dom ein. Also das war sehr stark immer das Gleiche. Ja, ich mochte es aber. Und ich finde, man braucht auch so ein gewisses bisschen diese Omnipräsenz, damit man es dann auch zu Wargames hinterher hinführen konnte, dass die immer wieder aneinander geraten sind. Weil immer wieder diese nervigen Judgment Day-Arschgeigen da reingrätschen. Also ich mochte es. Ich mochte es. Ich kann verstehen, wenn einem das zu viel war, aber ich mochte es. Und um noch mal drauf einzugehen hier, Raquel Rodriguez ist stinklangweilig. Legitim. Was man noch ansprechen muss, ist natürlich auch in diesem Jahr, trifft WWE eigentlich weniger, aber dann doch auch sehr groß. Denn der Writer Strike hat dafür gesorgt, dass auch John Cena und natürlich The Rock mal kurz Zeit hatten. Der ist auch nach Hause gekommen. Denn am 16. September hat The Rock wieder gesagt, Leute, ich bin zu Hause. So ein bisschen wie der Vater, der irgendwie Zigaretten holen geht. Und dann kommt er doch nicht wieder. Das macht so The Rock und sagt, ach doch, ich bin doch wieder zu Hause und merkt dann, oh, Puh, Familie, gar keinen Bock und geht dann wieder. Es ist immer so ein One-Time-Only-Ding. Trotzdem natürlich war ein großer Moment, dass irgendwo in Smackdown hinter Tüpfingern auf einmal The Rock rauskommt. Ja. Also das war ein großes Ding. Das war ein großes Ding auf jeden Fall. Vor allem auch natürlich in dem zeitlichen Zusammenhang. Die TKO Group, die wurde am 12. September offiziell gegründet. Also da wurde quasi die Fusion abgeschlossen. Und das ist natürlich dann auch schon mal ein Ausrufezeichen. Du bringst quasi so ein neues Unternehmen an den Start und dann holst du einfach mal einen der größten Star auf dem Planeten für so einen kurzen Gastauftritt rein. Das ist natürlich was, das beeindruckt die Leute. Das muss man hier an der Stelle ganz klar sagen. Und an der Stelle auch noch mal ein paar andere Veränderungen, die dann in den Folgewochen auftauchen sollten. Nämlich, am 21. September wurde bekannt gegeben, dass WWE Smackdown einen neuen TV-Slot hat und auch die Station wechselt. Man geht von Fox rüber zu dem USA Network und kassiert dafür mal schlappe, wird es geschätzt, 1,4 Milliarden Dollar. So, warum auch nicht? Für natürlich über vier Jahre verteilen. Kann man mal machen. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Ja, um noch mal auf The Rock kurz zu kommen. Das war auch ein echt cooles Segment. Ach gut, Pat McAfee hätte ich nicht gebraucht. Den hasse ich. Aber ich fand's cool mit Austin Theory auch. Dann haben sich ja auch tatsächlich welche aufgerichtet. Dann kriegt der eins aufs Maul von The Rock. Der ist viel älter und der ist nur Part-Timer, wenn überhaupt. Denk halt mal nach. Das ist halt ein ganz großes Segment für Austin Theory wieder. Auch wenn er, ja, nicht so funktioniert hat in diesem Jahr, wie man es sich hätte wünschen können. Auf dem werden große Stücke gehalten. Und er kann von so einem Segment nur lernen. Und da ist es scheißegal, ob er von The Rock, vom größten Megastar auf diesem Planeten, eins auf die Schnauze bekommt. Ja. Bin ich komplett bei dir. Und ich muss mich gerade ganz kurz korrigieren, es waren nicht vier Jahre, es waren fünf Jahre. Ganz schlechter Deal. Tatsächlich waren da nicht alle zufrieden mit, weil es halt eben nur eine Steigerung von 40 Prozent gewesen sind. Ach, nur? Ja. Nur, ja. Das ist halt nicht so viel wie erwartet. Und was dann auch infolgedessen noch kam, war dann auch eine weitere Entlassungswelle. Hat man längere Zeit nicht mehr. Aber hier wurde dann auch noch mal ein bisschen durchgekehrt. Da sind dann andere Leute wie Dolph Ziggler. Mustafa Ali, Elias sind gegangen. Und Tag später, nachdem die ganze Geschichte schon vorbei gewesen ist, wurde auch Matt Riddle entlassen, der ja vorher schon disziplinarische Probleme gehabt hat, dann auch dieser Zwischenfall am Flughafen, den es gegeben hat. Und da hat man dann hier die Reißleine gezogen und hat den Riddler auch entlassen. Was war noch in dem Monat? Becky Lynch ist noch zu erwähnen. Also Lacey Evans ist ja auch so im Jahr, im Laufe des Jahres nicht mehr bei WWE gewesen. Das stimmt. Gut so. Nicht im Rahmen dieser Entlassungswelle. Die habe ich nicht vermisst. Nee. Genau. Ja, nee, ich auch nicht. Ja, WWE hat noch Jade Cargill geholt. Richtig. Also eine nächst große Errungenschaft eigentlich. Man hat sie bisher noch nicht gesehen, weil sie ist noch nicht so bereit, wie man sich das fürs WWE-Programm wünscht. Natürlich, also ich glaube, die Diskussion hatten wir auch letztens auf dem Discord, wo es darum ging. Ja, aber die hat doch schon bei EW auch Pay-Per-View-Matches bestritten. Da hat auch, glaube ich, unhaft gesagt, ja, aber die hat trotzdem noch keine 100 Matches. Das ist ja irgendwie nicht viel. Knapp über 60 Matches bestritten. Das macht den Dominik Mysterio in einem schlechten Halbjahr. Also natürlich, letztendlich, die Frau ist trotzdem eine Erscheinung. Du merkst ja auch, die stand noch nicht über Regen, macht aber schon PR-Arbeit für die WWE. Was halt auch krass ist, hatten wir letztens wieder gesehen. Und, um nochmal den Bogen zu spannen zu NXT, auch in diesem Monat, am Ende des Monats war ja NXT No Mercy, aber schon vorher, am 12. September, hat sich Becky Lynch die NXT Women's Championship von Tiffany Stratton geholt, wo ich sage, eine sehr kurze Regentschaft. Olaf sagt, ja, so kurz war die gar nicht. Wir müssen nämlich auch sagen, auch schon angesprochen, hier holt sich nämlich bei No Mercy Tric Williams, die North American Championship. Und ich weiß noch, wie wir gesagt haben, ach krass, guck mal, also in der Review, das ist nur die guten Leute hören, die auch bei Patreon und Stadions unterstützen. Deswegen auch da nochmal den Hinweis, damit ihr bessere Menschen werdet. Seid halt nicht No Holds Bart. Ja. Hat sich dann Tric Williams das Ding da geholt und wir haben ja gesagt, ach guck mal, nur dadurch, dass Dom den Belt auch so hatte und so schön hassenswert ist, ist halt der Moment für Tric Williams größer. Da kann man jetzt viel mit machen. Dann Tric Williams holt sich den Belt. Mello, komme ich gleich nochmal zu, verliert seinen Belt. Da kann man auch ein bisschen Spannung schaffen. Ist im Endeffekt egal gewesen, weil drei Tage später bei NXT, bei der Ausgabe, hat dann Dom gesagt, so, Belt ist wieder meiner. Und Tric Williams hatte ihn eben nicht mehr. Und damit haben wir dann die sehr, 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 sehr kurze Regentschaft. Nichtsdestotrotz viel wichtiger, könnte man sagen, weil einer unserer Jungs, Ilja, holt sich den Belt von Camelo Hayes. Ja, was echt cool war. Auf jeden Fall. Natürlich auch diese Geschichte mit Tric und Camelo, die sich ja hier so ein bisschen gebattelt haben. Wer ist der echte Star und wer ist größer, weil Tric quasi im Aufwind gewesen ist, eigentlich immer noch ist, jetzt zum jetzigen Zeitpunkt. Da spielt er ja auch mit rein und kann Camelo Hayes den Titel hier verteidigen? Nee, war aber auch ein tolles, tolles Match. Also generell die Matches zwischen Mello und Ilja, alle sehenswert. Aber ich glaube, das letzte hier ist nochmal das Beste von den Ganzen, die wir da gesehen haben. Auch das lohnt sich nochmal nachzuholen. Und ja, dann können wir schön den nächsten Sprung hier machen rüber zu mit WWE, also Main Roster. Ja, Fastlane, ne? Da sind wir so ein bisschen im Zeitspielbereich quasi. Da wird alles, wird ein bisschen weiter fortgeführt von dem, was wir schon zuvor gehabt haben. Wir haben natürlich jetzt John Cena, der sich mit der Bloodline anlegt. Das muss man hier auch so sagen. Und dann Unterstützung findet in Form von LA Knight. Und die beiden bestreiten hier ein Tag-Team-Match gegen Jimmy Uso und Solo Sikor ohne Roman Reigns und gewinnen das. Und dann hat man ja auch danach gemunkelt, ach ja, jetzt muss es ja John Cena gegen Roman Reigns geben. Da steht eine Saudi-Show bevor. Das wird doch jetzt Zeit. Und das haben wir jetzt zum Glück abgewendet, sondern hat LA Knight ja den Spot gegeben. Wir hatten eine Fortführung von Seth Rollins gegen Shinsuke Nakamura. Da wurde im Prinzip die Geschichte weitererzählt. Du hast den Rücken kaputt und ich hab dich jetzt so weit, ich hab dich so weit weich geklopft, wie ich das jetzt mir vorgestellt hab. Jetzt machen wir Last Man Standing. War aber kein schlechtes Last Man Standing. Nee, nee, das war gut. Also, weil da, ne, hatten wir auch in der Review gesagt, da wurde nicht eins, zwei, da wurde auch ein bisschen schneller gezählt, was auch für mehr Geschwindigkeit in dem Match sorgt. Also, es hat Spaß gemacht. Auch ein ewiges tolles Thema natürlich. Die LWO, ey, Kalito hatte mal ein Match. Also, hat mal stattgefunden, ein angekündigtes Kalito-Match, schlagen das unwichtigste Stable des Jahres, wo wir nicht ganz wissen, was passiert eigentlich aus Bobby Lashley und den Street Profits. Anzüge gibt's, aber Siege gibt's irgendwie keine. Es gibt übertriebene Härte, aber Siege gibt's weiterhin keine. Ja, sind auch da, ne? Ja. Also, ich glaub, das, was man sich, ich sag's jetzt mal ganz, ganz provokant, ne? Also, klar, wir haben auch noch Cody und Jey Uso, die sich ja relativ überraschen, wie ich finde, vor dem Judgment Day, den Champion, die Tag Team Titles geholt haben. Und die danach, deiner Meinung nach, eine längere Titelregentschaft hatten. Ich wollte eigentlich sagen, die danach eine absolut legendäre Promo auf der Pressekonferenz hier gehalten haben. Das hab ich mir auch aufgeschrieben, mit einer der besten Pressekonferenzen. Also, man weiß jetzt nicht, ob sie besoffen waren oder nicht, ne? Aber das mit diesem Yeet die ganze Zeit und mit dem so halb nicht zuhören und Jey Uso bepisst sich vor Lachen und Cody versucht dann auch irgendwie Profi zu sein, aber dann auch irgendwie doch nicht. Dann so, ja, du bist ja da gebuckt. Bin ich? Also, da war wirklich viel Fantastisches. Also, die beiden zusammen bei der Pressekonferenz zehn von zehn. Ja, das auf jeden Fall. Dann haben wir noch das Triple Threat um die WWE Women's Championship. Io Sky hat hier gegen Asuka und Charlotte verteidigt mit Eingreifen von Bayley. Ich glaub, ein Punkt, den wir hier ansprechen müssen, ist, wir haben, glaub ich, Kai, wie oft haben wir prognostiziert, dass das Damage-Control endlich zerbricht und Bayley da irgendwie rausgeht? Das ganze Jahr über, oder? Ja, genau. Und ich sag auch jetzt ganz, ne, ich, auch da, Spoiler für den Jahresausblick, ich bin ganz ehrlich, wenn's passiert, ne? Ist mir scheißegal. Ach, mein Gott. Ich glaub ja, ich glaub ja, man wird gar keinen Split machen. Ich glaub ja, das ist auch der Spoiler auf den Jahresausblick, ich glaube, man wird Bayley rauskicken und die drei Japanerinnen, die jetzt da sind, die werden eine eigene Gruppierung gründen, aber nicht Damage-Control, sondern... Kabuki Warriors. Nein, bitte nicht. Ja, aber das denk ich auch, was du sagst, Olaf, und Bayley wird auch gegen die dann fäden in irgendeiner Weise. Bayley wird zum Babyface. Ja, ich find das jetzt, aber wie sie's grade machen, auch so wie die Japanerinnen das so langsam übernehmen und wie Bayley sich anstellt und wie Dakota Kai dann noch so teilweise dazwischen steht, ich find das ganz interessant. Also, äh, es ist jetzt nichts Großartiges, aber so interessant war Damage-Control noch nie für mich. So. Ja. So. Aber ansonsten Fastlane, ne Übergangs-Pay-Per-View, muss man sagen. War jetzt ganz nett, aber war jetzt auch nichts herausragendes. Ja, aber, so, jetzt lass uns mal kurz festhalten, was wir hier als Übergangs-Pay-Per-View bezeichnen, auch zu Recht, ja, aber das waren früher richtige Kack-Pay-Per-Views bei WWE. Das stimmt. Da wurde, da war vielleicht ein Match bei, wo du sagst, oh ja, dafür hat sich's gelohnt, der Rest war halt irgendwie da oder war richtig schlecht. Und mittlerweile kannst du dir auch diese Übergangs-Pay-Per-Views echt gut angucken. Ja. Das stimmt. Hast du vollkommen recht. Wird dir auch niemand in die Parade kommen. Ja, das weiß ich, dass ihr mir da nicht reinfragt. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil Übergangs-Pay-Per-View hört sich immer so abwertend an. Ja. Aber da muss man auch sagen, es ist jetzt auch das Angenehme, also ich sag mal, als es wirklich noch Pay-Per-Views waren, hätte ich jetzt auch so für so ein Fastlane 2017, hätte ich gar kein Geld bezahlt. So, bei einem Fastlane auch da, hätte ich jetzt noch heutzutage gesagt, boah, also Geld, boah, schwierig, dafür, dass es nur das ist. Aber da wir jetzt ja in dieser WWE-Network-Zeit leben, ne, und auch in der, wie heißt das nochmal bei denen, wo das jetzt läuft? Peacock. Das Peacock. Dafür, dass es ja eigentlich jetzt noch mehr Beiwerk sein müsste als damals, sind die Shows wirklich, wie Chris auch sagt, deutlich besser geworden, dafür, dass es in Anführungsstrichen nur diese Übergangs-Events sind. Das stimmt. Bin ich bei dir oder bin ich bei euch? Das hat man schon deutlich besser gemacht. Obwohl ich über deinen Geiz schockiert bin, Kai, also keine Ahnung, du verdienst doch Geld. Kann man sich ja auch die Pay-Per-Views kaufen. Also, ja, jetzt, ja. Oder man abonniert das Network, das kostet ja nichts. Ja, eben. Mein ganzes Geld geht in zwei Dauerkarten für Schalker-Terror-Fußball. Schlimm. Deswegen, ja. So, Kinders, wir haben natürlich auch noch so ein bisschen Monday-Night-War-Feeling im Oktober, weil da NXT und AEW Head-to-Head gehen, bedingt dadurch, dass AEW auf einen anderen Sendeplatz ausweicht und WWE nutzt die Gelegenheit, hier einen angeschlagenen, taumelnden Gegner nochmal eine reinzuwürgen und wir haben auch damals darüber berichtet, ne, also, was man da alles aufgefahren hat, also, dass man, dass man da, ich weiß nicht, nicht Vince McMahon noch selbst irgendwo hingestellt hat, ist das Einzige. Ja. Also, wir hatten dann ja sogar auch den Gong und es gab sogar auch den Taker, ne, also, NXT gegen Dynamite und, ja, NXT hat das bessere Rating eingefahren. Was haben wir alles gehabt? Wir haben Cody gehabt, der hier, der hier eine Ankündigung gemacht hat, wir haben einen LA Knight gehabt, wir haben einen John Cena gehabt, der an der Seite von Kamelo Hayes aufgetreten ist, was ruhig gesagt, also, wir haben einen Undertaker mit dabei gehabt, also, alles wurde hier aufgefahren, ne, alles wurde hier aufgefahren, natürlich auch ein großes Match mit Ilya Dragunov gegen Dominik Mysterio, wo dann eben auch noch LA Knight als Special Referee, meine ich, dabei gewesen ist, also, und dafür muss man sagen, war das Rating jetzt gar nicht mehr so herausragend, dafür, dass man so schwere Geschütze hier aufgefahren hat, dann waren es dann, ja, insgesamt 921.000 für NXT und 609.000 für AEW, da muss ich auch sagen, also, wenn man sich dann Headlines durchliest, NXT hat AEW zerstört, so, ne, also, eigentlich war es, klingt sich halt besser als, NXT gewinnt, Renn auf Augenhöhe, gewinnt relativ ordentlich, so, naja, ist egal, aber das ist auch noch was, was war natürlich, AEW in the mud, ja, das sowieso, also, wie gesagt, ich hab das eher mit, mit neutralem Abstand gesehen und ich fand's geil, das war ein schöner, schöner Wrestling-Abend, man hat, es hat eine besondere Atmosphäre einfach gehabt und das ist für mich eigentlich somit das Wichtigste, dann ging es weiter, was ich schon angesprochen hab hier, die Konfrontation zwischen John Cena und Roman Reigns und wir haben alle gedacht, ach, guck mal, jetzt wird's, John Cena gegen Roman Reigns bei dem nächsten Saudi-Pay-Per-View, was dann Crown Jewel ist, nee, sondern John Cena sagt, ich werde dich nicht herausfordern, weil ich bin noch nicht bereit, aber da ist jemand, der ist bereit und dann gab es den Monster-Pop und die absolut heißeste Phase von LA Knight und da muss ich auch wieder den Kai fragen, weil der Kai, der liebt ja den lieben Herrn Ritter, Nee, ich liebe auf jeden Fall nicht Herr Ritter, das ist eine ganz schlimme Familie, damit möchte ich nicht assoziiert werden, aber ich liebe natürlich Papa LA Knight und ja, das hier hat Spaß gemacht, da gibt's ja auch den einen legendären Shot in diese Sonnenbrille von LA Knight, also auch Promomäßig ging da viel, natürlich gepaart mit dem absolut grandiosen Overschlecht-Acting von John Cena irgendwie in der Ringecke steht und von Solo Secor bedroht wird, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, die Promos zwischen Paul Heyman und LA Knight dann, also das war wirklich eine gute Phase, haben wir damit gerechnet, dass LA Knight sich das Ding holt, nee, natürlich nicht, aber etwa ein paar coole Wochen bei SmackDown mit guten Promos, also mochte ich sehr gerne. Haben wir damit gerechnet, dass er es holt? Nein, aber Kai, du als LA Knight Fanboy, hast du diesen Funkenhoffnung dann doch immer noch trotzdem in dir gehabt und so gedacht, ja komm, vielleicht Ich glaube, ich meine, da hatten wir auch, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, Olaf, ich glaube, wir hatten auch im Match darüber gesprochen, dass wir nicht diesen Punkt hatten, wo man sagt, jetzt könnt ihr es aber schaffen, weil das war eine recht klare Kiste, leider. Man hat es nicht genug gemolken, man hat ja nochmal diesen Run gehabt, dann gab es den Eingriff und dann war es sehr schnell dann auch vorbei, man hat es nicht so, mir hat dieser eine Moment gefehlt, wo man wirklich den Eindruck gehabt hat, ach guck mal, jetzt wird es deswegen, nee. Dieser Hope-Spot, ja, das ist halt immer das Geile, wenn man wirklich nochmal so zum Mark wird und wenn das nicht geschafft wurde, dann ist es halt wieder eher ein Fail, auch wenn die Wochen davor cool waren. Das war ein solides Match, aber sind wir ehrlich, auch jetzt L.A. Knight ist nicht gerade der Five-Star-Wrestler, sondern der lebt von seiner Persönlichkeit, von all dem, was er da mitbringt, aber das Match war in Ordnung, absolut, aber mehr war es dann eben auch nicht. Was haben wir noch gesehen, Kai, hier? Wir haben auf jeden Fall Seth Rollensky, Drew McIntyre gesehen und vor allem, da hatten wir doch auch hier unser wunderbares Watch-Along hier, unser Watch-Together im Livestream. Ja, ich würde nochmal ganz kurz erwähnen, dass ich, also wir hatten es gerade zwar kurz gesagt, aber eine Woche später hat sich der Judgment Lady Tech-Tiles wieder zurückgeholt von unseren Pressekonferenz-Bros. Das stimmt. Ja, genau. Dann auch da nochmal, um so ein bisschen die Chronologie zu halten, bevor ich jetzt ganz zu Crown and Drew springe, hat sich ja auch noch Lyra Valkyria den NXT Women's Belt von Becky zurückgeholt, aber was hat er zurückgeholt? Ohne zurück, sondern einfach nur geholt und auch da in einem starken Match, die dann auch wirklich viel Lob bekommen hat und vorhin schon kurz erwähnt, aber nochmal mit Datum, am 25. Oktober war es soweit, dass auch Bash in Berlin eingekündigt wird oder wurde und Chris und ich sind dabei, haben Karten. Mega. Ja, deswegen jetzt zu Crown and Drew. Und man muss dazu sagen, wir haben auch schon eine Unterkunft oder wurde die jetzt schon gebucht? Ich habe ja meinen Go. Die wurde gebucht. Wenn diese Unterkunft sprechen könnte, dann würde sie sagen, dat is Berlin, wa? Ja, das ist richtig. Ihr wohnt in einer Brücke? Wir machen schöne Hipster-Bilder zusammen. Ne, wir haben so ein Loft-Ding. Wir machen richtig schöne Hipster-Bilder, wir beide. Ok. Ich komme mit Crop Top. Also Rollins, genau, kämpft gegen Drew McIntyre. Ne, dann ist da ja auch auf dem Weg so ein bisschen der böse Drew, der ist nicht mehr so ganz zufrieden, der ist auch ein bisschen wütend. Rhea, sind wir mal ehrlich, hat weiterhin keine wirklichen Gegnerin, deswegen sagt man, waren wir uns Five-Way? Halt, weil du tust jetzt hier, wir hatten ja auch schon zuvor bei anderen Konfrontationen hatten wir ja auch schon den Moment, wo quasi Drew McIntyre hier den Cash-In auch verhindert hat. Das hast du auch nicht vergessen. Also Drew war ja, nach seiner Rückkehr war ja so ein ambivalenter Charakter, ne? Miese Peter. Ja, aber er war ja auch nicht so, er war ja schon irgendwo nachvollziehbar in seiner Position, ne? Also er war ja schon unzufrieden und ... Bin ganz ehrlich, solange er mit Schwert rauskommt, ist er für mich nicht nachvollziehbar. Ja, aber weißt du, was hat Drew McIntyre immer so eine große Fresse? Ich will den World-Title. Alter, du hast gegen Gunther verloren und konntest dir nicht einen Intercontinental-Titel holen. Gunther für mich größer als Seth Rollins, bin ich ganz ehrlich. Ja, natürlich, aber in der Hierarchie von WWE ist es eigentlich sehr unlogisch. Das stimmt. Aber klar, wie Olaf auch gesagt hat, wir hatten diesen sehr coolen Kofferwurf, wo er dann Dom den Koffer weggenommen hat, dann Glasgow Kiss und dann den Koffer wegschmeißt. Das war natürlich ganz cool. Ja. Genau. So, jetzt kannst du weitermachen hier. Rhea Ripley verteidigt im soliden Match, im soliden Five-Way. Da waren wir sehr positiv überrascht gegen Naya Jax, Raquel Rodriguez. Wir haben gar nicht erwähnt, dass Naya Jax wieder zurück ist. Hey, Naya Jax wieder da. Juhu. Hey, grüße. Shayna Baszler und Zoe Stark. Was wir sehr überraschend fanden, war die Art und Weise, wie Solo Sikor John Cena besiegt hat. Mhm. Clean as a whistle. Also wirklich, da gab es Spike nach Spike nach Spike. Also es war natürlich nicht ganz Brock gegen Cena damals, aber es war ein sehr klarer Sieg von Solo Sikor gegen John Cena. Ja, also auch da coole Positionierung. Wirklich ein riesiger Sieg für Solo Sikor. Auch verdient, finde ich, weil der macht sich ja auch echt gut in dem, was er macht. Also hat mir gefallen. Fandet ihr das echt überraschend? Also ich habe es irgendwie genauso auf dem Zettel gehabt. Also die Art und Weise fand ich sehr überraschend. Ja, so einen klaren Sieg für Solo Sikor habe ich da schon gesehen. Ja, aber der hat halt zerstört. Also ich habe auch keinen klaren Sieg gesehen, wenn ich ehrlich bin. Ich dachte vielleicht so ein bisschen noch, packst du halt Jimmy rein oder sowas, ne? Und auch gerade, ich habe auch im Tippspiel auch auf Cena getippt, weil ich dachte, Saudi-Arabien, klar gewinnt Cena, ne? Aber dass dann Solo den da komplett zerstört, damit habe ich nicht gerechnet. Und man hat natürlich auch seit 2005 bis, keine Ahnung, 2017 eigentlich drin, dass, wenn Cena 20 Minuten kassiert, immer noch am Ende ein Attitude Adjustment folgt, der ihm dann den Sieg bringt, ne? Ja. Tja, jetzt nicht mehr. Nein. Dann haben wir natürlich noch, wie schon Chris angesprochen, den Redemption Arc des US Championship, weil Logan Paul holt sich den Belt, natürlich ganz clean, mit dem Schlagring, gegen Rey Mysterio. Auch da beginnen dann die Brüche in der LWO, die sich dann auch wirklich in den Folgewochen als kompletter Split ausäußern, mit einem bösen Santos Esco, bei dem wir dann bekommen. Gut. Trotzdem absolut richtiger und wichtiger Wechsel. Ja, und Roman besiegt L.A. Knight. Leider ohne diesen Jetzt-könnt's-vielleicht-doch-passieren-Moment. Ja, Cody noch gegen Damien Priest, hatten wir noch, und Io Sky verteidigt gegen Bianca Balear. Ja, ja. Nach wie vor kein Damage-Control-Split übrigens. Oh, Mann. An der Stelle immer noch nicht. Ja, und wir haben es auch schon dann in den Folgen. Stimmt, warte. Hast du gesagt, dass das Ding jetzt zurückgekommen ist? Ja. Carrie Sane. Carrie Sane, stimmt. Ja, guck, da gab's nämlich auch keine große Reaktion. Ich hab's gleich vergessen, dass ich schon wieder da war. Genau, ja. Stimmt, aber weil ich's auch so übergangen habe, ja, klar, da war ja auch unser Live-Watch-Along, was sehr, sehr witzig war. Ja, das hat sehr viel Spaß gemacht. Das wollen wir auch noch mal auf jeden Fall machen. haben wir herausgefunden, wie prächtig Olf's Mähne ist und wir haben heraus, das Schockierendste, dass Olf zu Hause einfach Jeans trägt, was ich bis heute wirklich verabscheue. Das glaub ich halt immer noch nicht, ne? Ey, wirklich, er sitzt zu Hause einfach mit Jeans. Also, es ist nicht normal. Olaf, wie lange arbeitest du schon im Homeoffice? Seit 2007? Und du ziehst dir da immer eine Jeans für an? Ja. Also meistens. Jetzt nicht 100 Prozent, aber ich muss mal sagen, 95. Was? Aber warum? Man soll sich so gehen lassen. Das hat doch nichts mit gehen lassen zu tun. Du warst seit Corona nicht beim Friseur. Ja. Weil ich's kann. Ganz einfach. Macht hier einen auf, auf, auf allem, ne? Aber zieht deine Jeans zum Arbeiten an, oder was? Moment, den Bart rasiere ich mir. Wenn ich mich seit, seit Corona nicht mehr rasiert hätte, dann können wir darüber sprechen. Ich würde so genauso aussehen wie jetzt. Wir haben eine Sache noch vergessen, nämlich, eine ganz wichtige Geschichte für uns ist noch Mitte Oktober passiert. Nämlich, da haben Meldungen die Runde gemacht, dass quasi hier Ariel Emanuel, also der CEO, von TKO, der Geschäftsführer, Vince McMahon, in dessen Untriebigkeit, was das Creative angeht, beschnitten hat. Der ihm einfach gesagt hat, hör mal, die Leute sollen das machen, worin sie am besten sind, und die sollen am besten nur eine Aufgabe übernehmen. Und Vince, du mach mal andere Aufgaben, mach bitte kein Creative, das macht bitte schön der Hunter, der soll das machen. Und das ist was, was den Shows natürlich auch sehr zugute gekommen ist, weil auch bis dato zwar dann in der zweiten Jahreshälfte nicht mehr ganz so oft, weil Vince war ja auch zwischendurch noch mal unter dem Messer, er hat sich noch mal am Rücken operieren lassen und war dann ja auch eine Zeit lang weg. Aber wir haben es angesprochen, diese Unstimmigkeiten innerhalb der Produktion, innerhalb der kreativen Abläufe, hat man schon gemerkt. und das soll jetzt damit behoben sein. Ich gehe auch davon aus, dass dem so ist und Vince McMahon hat andere Aufgaben. Und anscheinend hat sich da auch so die Einstellung von Emmanuel zu McMahon so ein bisschen geändert, weil er ja anfangs noch gedacht hat, ja, ohne Vince, ohne Vince wird es nicht gehen und sowas. Also man ist da vorsichtig, natürlich auch gerade vermessen daran, dass natürlich auch noch weitere Klagen gegen Vince McMahon zwischendurch aufgekommen sind und solche Geschichten. Also er ist da durchaus schon ein bisschen im Kreuzverkehr, Kreuzverkehr, Kreuz, wie sagt man? Kreuzfeuer! Den Kreuzverkehr, den hatte Rick Heer zu seinen besten Zeiten, du. Das ist wunderschön. Das ist so ähnlich, wie Shaggy heute beim Magazin gemeint hat, dass, was hat er denn gesagt, dass, ich glaube, Shinsuke Nakamura will Cody Rhodes vor die Linse bekommen. Das fand ich auch so schön, so der alte Fotograf, der. Wie heißt es, dann machen sie zusammen, so einen erotischen Kalender oder sowas. So, machen wir weiter. Auf jeden Fall Crown Jewel war sehr spaßig mit dem Livestream, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und war dann auch die vorletzte WWE-Show des Jahres und wurde dann eben beendet, abgeschlossen mit Roman Reigns gegen LA Knight und wir haben alle so ein bisschen gehofft, kommt danach noch was? Kommt danach noch was? Nee, kam nicht. Was haben wir im November noch gehabt? Unter anderem hat NXT einen neuen TV-Deal bekommen. Relativ überraschend bei CW, bei einem Network und bekommt da noch mal so 20 bis 25 Millionen Dollar obendrein. Also, wieso denn auch nicht? In den Folgewochen haben wir eine Asuka gesehen, die gegen Bianca Belair und Charlotte geturnt ist. Also, wir haben diese Fraktionen weiterhin gehabt gegeneinander. Das war ja ein Motiv, was wir quasi das gesamte Jahr gesehen haben, sodass wir dann Asuka auf Seiten der von Damage Control haben und wir haben es gerade schon angesprochen, wir haben dann mit Kairi, mit Asuka und mit Io drei Japanerinnen und Bayley und Dakota und jetzt wollen wir mal sehen, wie die Sache mit Damage Control weitergeht. Aber die Wochen bis zur Survivor Series, die waren ja dann Ende November, die war geprägt von der Frontenbildung für die Wargames-Matches und das war auf der einen Seite natürlich, haben wir den Judgment Day hier im Wargames-Match gehabt, wo sich dann noch Drew McIntyre, der unzufriedene Drew McIntyre mit reingezeckt hat. Also Judgment Day, Damien Priest, Finn Balor, Dominic Mysterio und JD McDonough und Drew McIntyre trafen dann auf Seth Rollins, Jey Uso, Sami Zayn, Cody Rhodes und den zurückgekehrten Randy Orton. Und da muss ich auch wieder Kai fragen, Chris, das tut mir leid, weil mit dem mache ich die ganzen Reviews. Lieber Kai, was haben viele Leute gemotzt, dass man Randy Orton hier vorweg ankündigt und wie bitte schön haben sich die Gerüchte aufgetürmt, dass CM Punk bei der Survivor Series zurückkommen würde? Ich wollte gerade sagen, also allein die Ankündigung, die du gerade hier, oder die Unmod zur Survivor Series stand im Zeichen von Wargames und Judge Bix, nix da, die stand im Zeichen davon, wir sind hier in der Allstate Arena in Illinois, das geht nur darum, wann taucht endlich CM Punk auf? Und als dann Cody Rhodes gesagt hat, ach übrigens, mein Partner, den ich klar gemacht habe, ist Randy Orton, ja, natürlich habe ich auch die Stimme mitbekommen, ja, das kündigt man vorher an, das ist voll doof, ich sage mal so, wenn man weiter denken kann als von Wand bis zu Tapete, macht das halt schon super viel Sinn, Randy Orton anzukündigen, weil er sonst, ich habe es auch in der Review und in der Preview gesagt, dass Real Mysterio Rumble Nummer 30 Empfangskomitee bekommt, wo man sagt, buh, du bist nicht Daniel Bryan, hau ab, wir wollen dich nicht, Real Mysterio. Also, das wäre halt komplett dumm gewesen, mit diesen Erwartungen zu spielen, ne, was man dann trotzdem wiederum aufgegriffen hat in der Show selbst, um dann nochmal so zu denken, kommt jetzt doch CM Punk, weil der Randy ist ja gar nicht da, also ich finde, wie die das hier genutzt haben und dann auch mit den Fans gespielt haben, weil dann, Randy ist nicht da, Randy ist nicht da, weil der sagt ja auch dann wieder rum, ich stelle mich nicht 40 Minuten in so einen Haikäfig, ich sage mal, habt ihr einen gesehen? So, ich bin Randy Orton, ich kriege hier einen Pop, wenn ich rauskomme, der dann auch rausgekommen ist und die Leute waren dann, ja gut, war ja angekündigt, also ich kann jetzt auch nicht sagen, wir wollen CM Punk und im Match selbst gab es auch CM Punk Chance natürlich, ne, dann kam aber Randy und alle waren, okay, fair enough, der war angekündigt, außerdem, wir mögen Randy Orton, hat einen riesigen Pop bekommen, hat AKOs gezeigt, hat einen riesigen AKO gezeigt, das Wargames Match war auch sehr spaßig, ab dem Zeitpunkt, wo dann auch Randy Orton drin war und man einfach normal kämpfen konnte und nicht alle Zeitspielen machen wie 90. Minute Fußball und auch da, da kannst du auch seufzen, auch und Olf hat mir zugestimmt, also 2 gegen 1 und ich habe sogar den neutralen Olf auf meiner Seite und im Endeffekt ist auch das alles ganz egal, weil dann kriegen wir den, um jetzt auch wieder Chris abzuholen, Black and Gold, geile Zeit, den Black and Gold Moment wie bei Champa und Gargano, du denkst, die Show ist vorbei, das Symbol ist schon unten rechts in der Ecke und dann kommt CM Punk raus, und die Welt ist in Ordnung. Ja, okay, das ist jetzt schon sehr aus Fanboy-Sicht mit CM Punk und so. Und die Welt ist perfekt. Mal kurz zu Wargames noch, es ist doch scheißegal, ob das Match schon offiziell gestartet ist, wenn die sich da durch die Tische hauen und mit Kendo-Sticks verprügeln, das will ich sehen, auf die Fresse und das macht Spaß. Nee. Olaf sagt auch mal was. Ey, ganz ehrlich, davor die NXT Wargames immer, wo das angefangen hatte vor ein paar Jahren, das war so geil mit der Undisputed-Error und so. Das war richtig gut. Deshalb, mach mir The Wargames nicht kaputt. Nee. Aber CM Punk, jetzt mal so alle gespielte Fanboy-Tuben beiseite. Also, ich fand's auch genialer, großer Moment und so. Aber wie seht ihr das denn so allgemein, wenn ihr jetzt bedenkt, was da bei AEW gelaufen ist, wo sicherlich nicht alles allein seine Schuld war, aber wir wissen ja mittlerweile, dass er schon ein Arsch sein kann und sehr speziell ist. Wie seht ihr das denn jetzt, dass er wieder zurück bei WWE ist? Glaubt ihr, das wird was? Glaubt ihr, es wird wieder Ärger geben? Was sagen wir beim nächsten Jahresrückblick darüber, was mit CM Punk so passiert ist? Das hört ihr im Ausblick. Nein, also wir haben ja auch schon so ein bisschen darüber spekuliert. Also ich glaub, die Raw-Promo, da waren keine ich uns ja eigentlich so, ja, die war halt nett, aber wirkte auch ein bisschen aufgesetzt hier und da, mit dem I'm Home und wirkte sehr pathetisch und hatte noch nicht so das Feuer, was wir uns vielleicht auch vom CM Punk erhofft haben. Ansonsten, was so sein Verhalten angeht, ich glaub, dass man da alles schwarz auf weiß hat. Was passiert, wenn er das macht? Was passiert, wenn er das nicht macht? Es soll ja so eine Art Verhaltenskodex gegen ihn geben und CM Punk kann auch sehr ungeändlicher Typ offensichtlich sein, was war zumindest bis jetzt gehört haben. Insofern hoffe ich einfach, dass man ihn da besser im Griff hat, dass man ihn so einsetzt, dass ein Punk zufrieden ist, ohne dass das bedeutet, dass andere um ihn herum unzufrieden sind, aber es wird ein Drahtseilachs sein. Ich glaub, das sag ich mal so. Aber wenn ihr schon drüber gesprochen habt, dann möchte ich noch kurz was dazu sagen. dann, ich find es tatsächlich interessant jetzt Punk in dieser Form der WWE find ich super passend, also es könnte sehr, sehr gut passen, denn obwohl er ja auch in der Vergangenheit so seine Probleme mit Triple H hatte, ist die WWE unter Triple H eigentlich so ein Produkt, was Punk extrem gut stehen könnte. Und ich finde, es bringt ja eben auch noch eine neue Facette in das gesamte Produkt mit rein. Und ich find es extrem gut, wie WWE Sachen kreiert hat, um die Leute so richtig anzuheizen, dass dann Seth Rollins ausrastet und Drew McIntyre und was nicht alles und also dieses Seth Rollins Ding, dass die Leute sich das Maul darüber zerreißen und so, das war halt so klar, ne? Das ist doch vollkommen kalkuliert gewesen alles. Absolut. Deswegen, also bis jetzt hat man da alles richtig gemacht, also der Punk-Auftritt hat ja auch Quoten beschert. Mal gucken, wie das jetzt bei SmackDown und bei Raw wieder sein wird. Alles richtig gemacht. Also ich gab zwar die Gerüchte, aber offensichtlich war es ja wirklich auf den letzten Drücke, dass man das dann auch festgelegt hat. Für den Moment herrscht Frieden und wie es dann nächstes Jahr aussieht, habe ich gerade schon gesagt. Also da muss man dann eben gucken, wie man mit Punk umgeht, was ist, wenn der unzufrieden wird, was ist, wenn Leute um ihn herum unzufrieden werden, weil ich habe schon gesagt, auch da ist es wieder ein Problem. Du hast inzwischen sehr, sehr viele große Namen bei WWE. Du hast einen vollgestopften Kader, auch wenn du natürlich viele Stunden füllen musst, aber du hast inzwischen einen vollgestopften Kader und die Plätze oben an der Spitze, die sind rar und in CM Punk will natürlich auch da oben mitspielen. Ja, aber ich finde, es ist nicht so bei WWE, dass das alles komplett ausgelastet ist. Da hatten sie schon mal das alles dichter, auch an der Spitze. WWE hat ja seit ein paar Jahren das Problem, dass es eigentlich zu wenig Main-Eventer gibt, die eine Zeit lang tragen können. Und von daher glaube ich, das kann echt gut funktionieren. Und ich glaube auch tatsächlich bei einem Punk, er will jetzt auch was beweisen, wo das mit AEW so da in die Brüche gegangen ist. Das muss er uns erstmal beweisen, glaube ich. Muss aber sein, das habe ich glaube ich bei AEW gesagt. Ja. Also ich bin da mal gespannt, aber trotzdem. Ja, aber ich schätze Punk so ein, wo das bei AEW so geendet ist, dass er allein so aus Spide, ja, so aus Rache es AEW und diesem verfluchten Jungle Boy zum Beispiel zeigen will. Aber das Witzige ist, genau das habe ich auch gesagt bei seinem AEW-Debüt. Ja, aber da war viel mehr Zeit zwischen. Ja, natürlich. Also ich bin gespannt, wie gesagt, wie jetzt auch dieses gespieltes Fanboy-Tum, ne, also wir müssen jetzt auch nicht drüber reden, oh, menschlich schwierig, so, ich bin halt trotzdem Fan von dem Typen, ich sehe den einfach gerne, ne. Ja. Und natürlich werde ich auch morgen sofort gucken, ey, was sagt er bei SmackDown? Also jetzt stand heute, wenn er am 10., auch am 8.12. auf den Podcast, natürlich werde ich sofort gucken, was sagt er bei SmackDown? Junge, lecke ich mir die Finger nach irgendeiner Interaktion zwischen Heyman und CM Punk? Nicht wegen Roman Reigns und Bloodline, sondern einfach wegen einer Interaktion zwischen Heyman und CM Punk. Natürlich. Also da gibt es ja so viele Sachen, auf die ich Bock habe, ne. Also das ist wirklich für mich dann jede Folge wie so ein Cliffhanger, dass ich mir denke, oh, ich habe jetzt Bock wieder zu wissen, was er sagt und auch die Sachen aufzusaugen, weil ich da auch ein bisschen dumm Fan bin und ich finde es auch super angenehm, ähnlich wie wir es dann auch manchmal bei der Bloodline waren oder auch bei einem LN Night. und es ist auch super erfrischend in diesem Podcast-Kosmos einfach mal dumm Fans zu sein. Ja, natürlich. Ja, ist ja auch gesund. Absolut. Sozusagen. Und ich fand die momentan auch geil, als CM Punk zurückgekommen ist. Das ist doch schön und das ist ja auch genau das, was ich immer gesagt habe. Es ist doch das Coole an der aktuellen Wrestling-Landschaft, dass du solche Momente wieder bekommst. Also wie viele Jahre haben wir hier gesessen und so, ja, solche Überraschungen gibt es ja nicht mehr. Dann musste man irgendwie gucken, was ist überhaupt möglich und jetzt hast du diese Möglichkeiten wieder, dass du Talent hin und her spielen kannst und damit kreierst du solche Momente und das ist halt geil und das macht Wrestling auch für mich aus und deswegen war das ein schöner Abschluss von der Survivor Series und wir haben an der Reaktion ja auch gemerkt von euch da draußen, wie euch das auch mitnimmt. Also wie da der Discord gesprengt worden ist, die Hörerzahlen von der Survivor Series sind in die Höhe geschossen und so weiter und so fort. Und ich sag's mal ganz ehrlich, der Gag ist ja, du kannst zum Beispiel bei Spotify sehen, wann, wann, was wird am meisten gehört und es gab einen deutlichen Pegel nach oben an dem Punkt, wo ich eine Kapitelmarke gesetzt hab mit Siam Punk ist zurück. Das konntest du sehen, das ist kein Witz. Es gab einen Sprung nach oben, wo ganz viele Leute einfach eingeschaltet haben und das find ich schon, das find ich schon beeindruckend und das muss man auch erst mal schaffen, ganz einfach. Weil über die anderen Matches, sind wir ehrlich, also klar hatten wir auch noch das Wargames-Match der Frauen mit Bianca Belair, Charlotte Flair, Shotzi und Becky Lynch gegen Damage Control. Das war auch nett. Und da ist dann schon wieder mal eine Io Sky mit der Mülltonne vom Käfig gesprungen. Oh krass. Und am Ende war es dann doch ein relativ dominanter Sieg der Babyface. Das war auch ein starkes Match, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Ja, aber können wir mal aufhören so zu tun, als wird Shotzi da zu den Top-Wrestlerinnen gehören. Ich mag sie ja irgendwie, aber sie ist schon schlecht. Ja, aber anscheinend sieht man ja was in ihr und versucht sie da jetzt aktuell so ein bisschen unter die Fittiche zu bringen quasi. Mal sehen, wo das hinfällt. Ich fand auch Gunther gegen The Miz fand ich auch ein gutes Match. Ja, aber wann hat Gunther ein schlechtes Match? Ich wollte gerade vielleicht auch noch mal so als Abschluss, jetzt haben wir es hier im Punk so ein bisschen durch, den werden wir garantiert auch noch im Ausblick noch mal behandeln. Aber vielleicht auch hier noch mal Gunthers Title Run hervorheben, oder? Also zum Abschluss dieses Jahresrückblicks, weil das war jetzt der letzte Pay-Per-View. Wir haben jetzt noch so ein bisschen was Aktuelles quasi, aber ich glaube, man sollte auch jetzt einfach noch mal auf Gunther eingehen, weil der hat den Rekord geknackt vom Honky-Tonk-Man. Der liefert quasi ein großes Match nach dem anderen ab. Der kann gemeinsam auch mit Imperium, mit Ludwig Kaiser vor allem auch, ein ganz wichtiges Aushängeschild hier für Bash in Berlin werden. Also der Weg, den hier ein Gunther beschritten hat, der ist schon extrem beeindruckend und auch wie er dargestellt wird. Das muss man auch noch mal sagen, hier von WWE, das ist erstklassig. Ja, da klickt irgendwie alles. Es ist jetzt nicht einfach nur WWE, so Land of the Giants. Sie sehen da einen großen, heftig zuhauenden Ösi und denken, mit dem kann man was machen. Dazu kommt natürlich dann auch noch einmal, wie ein Triple H und das Kreativteam versteht, wie sie ihn weiter einsetzen können. Nicht einfach nur Monster, denn das ist er ja nur wirklich nicht. Er arbeitet ja richtig. Er macht nicht einfach nur drei Body Slams und holt sich den Sieg. Dazu dann auch ein Gunther, der gewillt war, sich auch irgendwo anzupassen und viel fitter und durchtrainierter zu werden, muss man ja auch sagen. Das war ja auch eine große Wandlung, Wandlung, die er da vollzogen hatte. Es passt einfach alles da. Und ja, er ist jetzt der längste Intercontinental Champion. Das ist schon eine große Auszeichnung und selbst wenn er dann den Titel mal verliert oder so, das wird weiter halt nach oben gehen, der Weg für ihn. Wenn er sich nicht irgendeine heftigste Entgleisung leistet, und da schätze ich ihn jetzt nicht so ein, dann ist das halt jemand, der da vermutlich über mehrere Jahre immer oben mitspielen will. Sei es jetzt Upper Midcard oder Main Event. Das ist, ja, Gunther hat hart dafür gearbeitet, sich da Namen zu machen und kommt auch beim Publikum an. Ganz, ganz groß. Auf jeden Fall. Kai, das Interessante ist ja eigentlich, dass Gunther jetzt gar nicht mal so die monumentalen Fäden gehabt hat, oder? Sondern der hauptsächlich ja durch die großen Matches sich hier hervorgetan hat, oder? Ja, das stimmt. Also, das waren jetzt ja nicht mehr, wo du sagst, Mann, die Promoduelle, die waren so stark, sondern der hat ja auch da natürlich durch seine Art überzeugt, aber ganz klar, wie du sagst, im Ring, ne? und auch natürlich mit der Härte im Ring, das muss man ja sagen. da wird dann auch mal ein Fuß gejobbt, wie schon Chris das gesagt hat. Ja, also, es ist wirklich stark. Ich hätte auch nicht gedacht, dass sich diese Art des Characters so konsequent durchsetzt, bin ich ganz ehrlich, aber man hat es geschafft und man hat es auch gemerkt, dass dann auch Matches gegen Gunther Reaktion erzeugen, wenn wir zum Beispiel an Chad Gable denken. Ne? Dieses David gegen Goliath-mäßige. ein Super-Matches. Ja. Aber das ist auch, was ich meinte, dass ein Triple H und auch das Kreativteam diese Figur Gunther verstehen und was der darstellen kann und darstellen will, dass eben auch über dieses, ja, über die beste sportliche Leistung im Ring dieser Charakter transportiert wird. Ja, und du kannst an dem quasi auch Gegner aufbauen. Wir hatten ja das Match gegen Chad Gable zum Beispiel, hatten wir ja auch im Match of the Week. Das Match war übrigens am 4. September. Haben wir jetzt nicht so einzeln benannt, aber auch da die Emotionalität, ne? Dann auch mit den, mit der Familie von Chad Gable noch mit dabei und so. Genau sowas kannst du mit Gunther halt hervorragend machen und man hat ja auch im Verlauf des Jahres immer wieder mal so ein bisschen Unstimmigkeiten bei Imperium angedeutet. Ich hoffe, dass man das nicht so schnell umsetzt, ne? Also das soll man noch ein bisschen zusammenlassen, weil ich halt in Ludwig Kaiser auch extremes Potenzial sehe, auch gerade hier, was so PR-Arbeit in Deutschland und so angeht und solche Geschichten, den kannst du da hervorragend für verwenden. Und ich bleib ja dabei, ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass Ludwig Kaiser derjenige sein wird, der Gunther entthront. Aber warten wir mal ab. Warum? Das ist was für den, für den Jahresausblick. Aber ich finde das schön, dass wir mit, mit Gunther enden hier sozusagen, Jahresrückblick. Ich hätte jetzt tatsächlich noch, wäre noch auf jemand anders zu sprechen gekommen, aber okay. Dann mach, dann mach. Ich wollte nur sagen, ich freue mich sehr, dass Santos Escobar jetzt als Heal unterwegs ist, denn das kann er sehr gut. Ich habe ihn bei NXT sehr gemocht und ich hoffe, dass er jetzt dann auch ja stark genug dargestellt wird, denn ich finde, er hat sehr, sehr viel Potenzial und er kann gerade in der Midcard eine tragende Rolle spielen. Ja, das glaube ich auch. Ansonsten haben wir natürlich jetzt noch NXT Deadline jetzt gehabt. Die Review dazu, die hört ihr dann im Premium-Bereich für Supporter, Patreon, Steady und natürlich auch für Kanalmitglieder bei YouTube. Und ich glaube, alles, was jetzt quasi noch in den letzten Wochen von diesem Jahr passiert, das werden wir ohnehin noch auf dem einen oder anderen Wege abfrühstücken. Jetzt sind wir natürlich an dem Punkt angelangt, wo wir vielleicht auch noch nicht über unsere Top-10-Wrestler sprechen werden, weil das machen wir nächste Woche, sondern jetzt vielleicht so unsere Lieblingsmatches des Jahres. Und wir haben doch im Vorfeld schon so ein bisschen drüber gesprochen. Kai, welche drei Matches sind das bei dir? Also jetzt ganz klar natürlich, wir hatten es ja auch schon angesprochen, als wir über Mania gesprochen haben. WrestleMania Tag 2, Gunther Schelmes und Drew McIntyre. Jo. Also wirklich fantastisches Match. Sehr, 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 sehr stark. Ich würde so ein bisschen schummeln und die Usos quasi einmal doppelt nennen, weil ich fand, die hatten sehr zwei starke Matches in unterschiedlichen Rollen. Einmal als Bloodline selbst gegen Kevin Owens und Sami Zayn bei Mania Nacht 1. Auch cool, dass wir ein Tag-Team-Match im Main Event hatten, weil wir auch lange Zeit gesagt haben, Tag Team Wrestling ist bei WWE sehr unterm Radar und ist es auch teilweise immer noch, aber es war cool. Diese Fäde, ja, Trostpreis, ist natürlich blöd gewesen. Wir alle wollten den großen Moment in Quebec haben. Trotzdem halt Usos gegen KO und Sami Zayn war ein fantastisches Match, wo auch die Crowd extrem dabei war. Ich würde trotzdem im gleichen Atemzug nochmal kurz auch Usos gegen Roman und Solo hervorheben, weil dieser Civil War, also auch was Chris schon gesagt hat, das war groß, das war riesig, Roman wird gepinnt von Jay, also, ne, lieb ich und dann noch zu nennen, Ilya gegen Dijek, dieses Last Man Standing Match. Ja, die Dinger gegen Camelo Hayes waren auch wirklich gut, aber bei dem Match habe ich viel weniger damit gerechnet, dass es mich so umhaut und das ist nicht, wo ich sage, boah, das gucke ich mir jetzt jeden Tag an, das nehme ich emotional mit, aber das war so ein ekelhaft hartes Ilya Match, was auch mit dem, ich vergesse mal diesen neuen Move, wo er diesen Elbow Drop da macht, also diesen Vorarm gegen den Hinterkopf macht, auf den liegenden Gegner, wo er den dann von der Stahltreppe gegen Dijek macht, der auf dem Boden liegt, das ist eigentlich so ein simples Ding, aber das sah so brutal aus, also das hat, das war so ein Überraschungshit bei mir. Kann man alles auf jeden Fall nehmen. Ich lass Chris noch den Vortritt oder soll ich weitermachen, lieber Chris? Nee, lass mir ruhig den Vortritt. Ich glaube, unsere Matches werden sich auch doppeln, also ich glaube, wir werden alle drei, Gunter, Sheamus und Drew McIntyre hin. Ja, es doppelt sich jetzt schon auf jeden Fall, also ich habe auch ein bisschen länger überlegt, ich finde, es gab tatsächlich viele Matches dieses Jahr bei WWE, die sich groß angefühlt haben, es waren nicht immer unbedingt die allerbesten Matches, aber es gab sehr viele, die haben sich wirklich nach Main Event angefühlt und das ist dann doch schön, denn das hatte man auch nicht immer bei WWE in den letzten Jahren. Ich würde auch sagen, das mag ich, sowas mag ich. Ich würde auch auf jeden Fall Kevin Owens und Sami Zayn gegen die Usos bei WrestleMania nennen, ganz, ganz tolles Match. Ich muss auch ehrlich sagen, die Qualität des Matches musste ich mir hinterher noch mal angucken, als ich das zum zweiten Mal geguckt habe. Ich war beim ersten Mal so drin in diesem Match, so emotional drin, dass ich diese Qualität gar nicht richtig einordnen konnte, so gefühlt. Und das sagt eigentlich auch viel darüber aus. Ganz, ganz großes Ding, große Emotionen. Dazu dann auch, ja, natürlich Gunter, Sheamus, Three McIntyre. Ganz, ganz großartiges Match da. Die haben sich ordentlich auf die Fresse gegeben. Sowas mag ich. Und als drittes, du hast den Civil War ja schon genannt. Ich hab mich, ich hab die ganze Zeit überlegt, nehm ich den Civil War oder nehm ich das, was ich jetzt nenne. Und ich hab mich jetzt dann doch für das andere Match entschieden. Und das hat nichts damit zu tun, dass du den Civil War genommen hast. Ich nehm den Steel City Street Fight zwischen Sami Zayn und Kevin Owens und dem Judgment Day, in dem Fall dann Finn Balor, Damien Priest. Ich fand dieses Match unfassbar unterhaltsam. Das hatte alles, was ich an Street Fights mag. Es hatte die Härte und die Ernsthaftigkeit, gleichzeitig aber auch eine gewisse Lockerheit mit leichten Comedy-Elementen drin. Die Persönlichkeiten dieser Charaktere wurden nach vorne gestellt in gewissen Momenten. Es hatte gutes Overbooking. Also es war in seinem Chaos war es nachvollziehbar und gut gemacht. Diese Eingriffe, das hat gepasst. Es gab einige Spots, die falsche Hoffnungen geweckt haben. Es hat wirklich mit einem gespielt und dabei war es qualitativ stets richtig, richtig hochwertig. Deshalb ein absolutes klasse Match der Steel City Street Fight. So, also Drew McIntyre, Gunter, Sheamus ist bei mir natürlich auch mit dabei. Ganz klar. Muss man gar nicht groß drüber diskutieren. Ihr habt auch schon alles gesagt, da muss ich nicht drüber reden. Ich nehme aber noch Charlotte gegen Rhea Ripley hier von WrestleMania Nacht 1. Ich habe schon angesprochen, in meinen Augen das beste Frauen-Einzel-Match, was wir jemals bei einer WrestleMania gesehen haben. Eines der besten Frauen-Matches überhaupt in der WWE-Geschichte. Extrem intensiv, stark geführt und was ich hier auch mochte, war die Art und Weise, wie man auch die Hintergrundgeschichte nochmal aufgegriffen hat und die quasi umgedreht hat. Also Rhea war ja hier auch wirklich, die war dafür prädestiniert, dass sie hier das Ding holt und dass sie diesen Sieg hier einfällt. Ich fand das richtig geil. Ich habe das von Anfang bis Ende einfach geliebt und fand es herausragend, genauso wie das Match zwischen Ilya Dragunov und Camelo Hayes bei No Mercy. Da fand ich vor allem diese Verzweiflung, die Camelo Hayes an den Tag gelegt hat, der musste sich ja irgendwie durchsetzen, gegen Ilya Dragunov, der so hart gewesen ist und der so viel Schaden aushalten kann. Aber gerade diese Dualität der Charaktere, die wir hier haben, Camelo, dieser spektakuläre Lebemann, so nenne ich ihn einfach mal, dieser coole Typ und Ilya Dragunov, der Zerstörer, der selbst Schaden erleidet, um quasi noch mehr Schaden auszuteilen. Das hat für mich immer gut funktioniert zwischen den beiden und das Ding hier war für mich das beste Match, was wir da gesehen haben und deswegen will ich das auch noch hier an der Stelle nennen. Ich bin aber ehrlich, die ganzen Matches, die wir jetzt genannt haben, würde ich alle in den Topf schmeißen und mache mir da einen lustigen Abend, ganz ehrlich. Also das ist doch cool, dass wir auch so eine Vielfalt hier an Matches haben und die alle Spaß gemacht haben. Das ist, glaube ich, auch das ganz Wichtige und jetzt kann ich nochmal so den Bogen zum Anfang des Podcasts zurückschlagen. Lieber Kai, jetzt nochmal, nachdem du zweieinhalb Stunden klüger bist und wir sind zweieinhalb Stunden nochmal hier das WWE-Jahr 2023 durchgegangen. Ist ein Fazit immer noch dasselbe. Ja, ich bleib weiterhin dabei. Triple H ist Papa und es ist gut. Das klingt zwar ganz doof und wie die letzte Internet-Meinung, aber man merkt einfach, es ist wirklich auch gut, dass Vince McMahon nicht mehr das Sagen hat, was Creative angeht. Neue Besen kehren besser. Lieber Chris, wie geht's dir nach dem Rundown, den wir hier betrieben haben? Ich muss dringend pinkeln, aber sonst gut. Ich weiß, du musst was anderes sagen. Das war zu ehrlich. Das war zu ehrlich. Du kennst mich doch. Nein, positives Fazit. Ganz klar, also ich hatte es ja ganz am Anfang schon gesagt, gerade so im ersten Quartal hat WWE teilweise nochmal ein bisschen gewackelt, aber es war viel mehr gut, als dass es schlecht war. Man kann an vielen Kleinigkeiten immer noch weiter rumkritisieren, aber wir haben zum großen Teil starke Pay-Per-Views gehabt, selbst die Übergangspay-Per-Views konnte man sich richtig gut angucken, dass sie unterhaltsam waren. Es haben einige Leute konstant abgeliefert, ob sie jetzt dauerhaft im Spotlight standen, wie auch ein Gunther, der wohl, ja, wenn man es so zusammenzählt, so die meisten, besten Matches so des Abends abgeliefert hat, aber auch, ja, andere Figuren, die sich beweisen konnten. L.A. Knight ist weiter hochgekommen. So abseits dann auch bei SmackDown und bei Raw gab es dann auch mal ein Sandus Escobar oder ein JD McDonough, die geile Matches gezeigt haben. Das Produkt ist gefestigter, als es in den ganzen letzten Jahren war. Es ist nachvollziehbarer und besser gebuckt. Einige Storys funktionieren echt gut, einige Charaktere funktionieren echt gut. Ja, es war nicht das beste Wrestling-Jahr, WWE-mäßig, was wir je erlebt haben, aber es war das Beste der letzten Jahre und es verspricht sehr viel für die Zukunft, denn wenn sie diesen Weg weitergehen, glaube ich, wird das Produkt auch noch besser. Charaktere können weiter wachsen und das Roster gibt eh genug her, dass wir am laufenden Band richtig gute Matches sehen. Ich gehe da komplett mit. Ich finde auch diese Entwicklung sehr interessant, weil 2022 haben wir noch gesagt, ich glaube, es wird besser, da hatten wir wirklich auch eine schwache erste Jahreshälfte und dann wurde es langsam besser im weiteren Verlauf natürlich auch aus der Pandemie gekommen, das darf man auch nicht vergessen, also das war dann auch mal dieser Umbruch, den wir da gesehen haben. Jetzt haben wir natürlich auch diesen Wechsel in der kreativen Spitze, auch in der Firma, in der Firmenstruktur und das sieht man dem Produkt auch an und ich glaube auch gerade diese häufigen Auslandstrips, die WWE jetzt häufiger macht, sei es jetzt nach London, sei es nach Puerto Rico, sei es dann nächstes Jahr nach Frankreich oder hier eben nach Deutschland, das tut dem Produkt auch gut, weil du eine andere Crowd hast, weil du vielleicht auch ein Publikum hast, was heißer ist auf die Shows, weil es eben was Neues ist und dieser Faktor Publikum, den haben wir in diesem Jahr wieder stärker gesehen, als das noch in den Vorjahren tatsächlich auch der Fall gewesen ist. Ich meine gut, das ist Quatsch, das streichen wir, weil natürlich haben wir gesehen, Pandemie, gar keine Zuschauer, plötzlich wieder Zuschauer, Produkt auf einmal wieder attraktiver, das ist natürlich auch der Punkt, aber was ich sagen möchte ist, dass man dadurch auch wieder einen neuen Punkt wieder in die Shows mit reinbekommt, eine neue Emotionalität, neues Feeling für die ganze Show und Chris hat es gerade schon richtig angesprochen, wir haben auf jeden Fall auch neue, neue alte Helden, die wir hier gesehen haben. Ich finde auch, dass Cody Rhodes hat sich als wirklich extrem starke Verpflichtung jetzt auch weiter rauskristallisiert, nach seiner langen Verletzungspause, war der einfach ein absolut steter Felsen einfach, nicht nur was die Shows angeht, sondern eben auch was das Drumherum angeht. Wir haben einen Aufstieg von Dominic Mysterio gesehen, wir haben einen Aufstieg von dem LA Knight gesehen in diesem Jahr. Also da ist schon viel Spannendes passiert und zugleich haben wir eben auch noch die festen Größen und dann eben auch noch Größen, bei denen wir gucken müssen, wie es weitergeht, wie mit einem Roman Reigns zum Beispiel, wie lange geht der Title Run noch, wie lange zieht man die Bloodline-Storyline noch und darüber werden wir dann im Jahresausblick sprechen, was bei uns dann für 2024 erwartet. Man wird als Fan wieder mehr belohnt, so fühlt es sich an. Auch wo du das sagst, dass diese Expansion in andere Märkte ist, es fühlt sich so ein bisschen an, WWE ist über Jahre oder Jahrzehnte davon ausgegangen, ja gut, die Europäer, die gucken es eh, denen müssen wir nichts geben und jetzt werden wir tatsächlich auch mal für die Treue belohnt. Ein bisschen. Ja, ein bisschen. Und das finde ich, es ist generell eine positive Entwicklung und wie gesagt, natürlich hat WWE nach wie vor Punkte, über die man diskutieren kann. Ganz vorne natürlich die Kooperation mit Saudi-Arabien und die Unmenge von Geld, die man daraus scheffelt, aber das Produkt an sich ist deutlich, deutlich besser geworden, als wir es in den vergangenen Jahren noch gesehen haben und ist weit weg von dem wirklich gruseligen Produkt, was wir zwischendurch mal hier auch besprochen haben, wo wir alles zerrissen haben, weil es nicht nur nagelfest gewesen ist und es ist nicht alles perfekt, aber es ist schon auf einem sehr, sehr guten Wege auf jeden Fall und es ist ein deutlicher Schritt nach vorne. Eine Sache möchte ich noch sagen, mir wurde nämlich aufgetragen, ich muss ein Wort in diesem Podcast unterbringen und das ist Matt Eagle. Damit habe ich meine Schuldigkeit getan. Okay. Ich habe gedacht, irgendwie Matt Riddle hätte jetzt gereicht, aber na gut. Der Matt Eagle. Ja. Das ist der Bruder von Matt Riddle. Genau. Die sind jetzt Tag Team in den Indies. Ja, also einfach, ja, achst. Du redest ja Quatsch, Chris. So, Kai, möchtest du noch was sagen? Willst du auch noch irgendein Wort einfach hier reinwerfen? Nee, ich will jetzt einfach gucken, was CM Punk bei SmackDown sagt morgen. Chris, sei ehrlich, du willst eigentlich nur Fortnite spielen? Das absolut, nee, die neue Season ist scheiße. Okay. Warum spielst du eigentlich Fortnite, Alter? Ein cooler Typ. Du bist älter als zwölf. Weil ich lit bin. Ich glaube, ich glaube, das reicht jetzt ja an der Stelle auch. Genau. Nächste Woche geht es weiter mit den Top Ten. Da sind wir drei hier wieder zugegen. Wenn ihr noch mehr von uns hören möchtet, dann schaut gerne auf Patreon, auf Steady oder wenn ihr das ganze Ding hier bei YouTube verfolgt habt, schaut gerne in den Kanalmitgliedschaften vorbei. Es gibt auch demnächst noch ein kleines Update zum Geschehen bei Headlock im nächsten Jahr. Das werden wir auch noch einrichten. Diese Woche hatten wir das Magazin am Start. Wir haben das Match of the Week gehabt. Wir haben die Helden aus der zweiten Reihe hatten wir auch noch über Billy Gunn. Und noch einiges mehr absolut an die Podcasts. Habt ihr hoffentlich alle gehört. Wenn nicht, dann hört es euch unbedingt nochmal an an der Stelle. Und ich sage dazu, wir hören uns nächste Woche wieder zu den Top Ten WWE. Und bis dahin, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss. Matt Igel. Tschüss. Headlock, der Pro Wrestling Podcast.